aber er fährt nicht er fährt jetzt werde jedoch es geht langsam los niemals so fährt er so langsam ein moin liebe leute steiner landwirtschaft grüß dich wieso fährt er so langsam 16 fahr ich jetzt 16 16 dann muss ich ja drehen ja moin an alle ulrike monzen lobo land auch neuen und herzlichen glückwunsch noch und rasmus augun tag jonas moin es wird wieder chaos es wird auf jeden fall chaos michael auch moin florian felix monzen pascal bretter moin hamburg sv 18 87 tachchen gutes spiel übrigens gestern rasmus tv ls zulu karlisch matthias sven 19 ed moin maximilian linus grüß dich agrarunion moin hast idee zuerst bei dir ja 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 boi ost moin uschi 19 so gehört sich das russi stefan moin osterferien ja ich habe wochenende und urlaub ulrike ferien da bin ich schon lange raus kein vergessen kein vergessen ja wir machen hier heute mal ein bisschen synchron mixe gamers moin falk und rechsen der plan ist erstmal hier mähen entsparen wir ein bisschen und dann werden wir mit dem ladewagen erstmal silage zusammen kann dann könnten wir nachher wenn wir genügend sind könnten wir auch noch hexen wäre eine überlegung oder halt getreide machen ap gaming monifatios ist eigentlich die einzige wiese die wir jetzt noch haben hier drei stück müssen wir haben ein stück müssen ja diese 123 wo ist ein kinder ist stefan stefan der wird sicherlich gegen 13 uhr auch noch kommen 19 ruhrports auf 9 und so klar ist gut danke aber bei dir auch in aktiv tv 90 db 90 lh gaming moin dodo moin alle durcheinander rasiert der boi ja frisch rasiert besser kommt mal wie gut ich aussehe ich habe heute bad hair day deswegen habe ich auch die käppi auf ja 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 war pascal 19 johannes 19 ap gaming hatte ich schon oder pärchen mit seinem mädchen schlepper der fährt leider nur 16 oder 15 in der ruhe liegt die kraft weil du wieder auf der flucht ist das logo das muss vorwärts muss drücken in gesicht was machen wir heute ja erst mal ein bisschen grün land hier das heißt erstmal heftig draß schneiden dann irgendwo schwaden und dann mit dem ladewagen für die kühle und silo fahren doch kaufsloch mensch du bist auch ein arschloch danke racing im gesicht ja ich schwitz schon so erstes seit langem wieder niklas 9 serie sehr gut ich muss hier mal ein bisschen gas weg erich auch da ich mach mal hier 18 18 kammer noch mal fahrmann vor da sitzt blitzer ist das so toll das geht doch ein bisschen glänzend tut er ja tim 19 karslo na klar war das sein freund es ist immer der freund oder der kleine bruder oder die kleine schwester wir wissen das doch alle woher ich die map habe runtergeladen michaela moin sind ich habe ich glaube ich überlesen konnte das passieren achim fendt fendt ist cool ja allerdings ist das hier in john deere wenn du mal obacht oh hat er sich jetzt verschluckt da hat er nicht alleine weil blacky irgendwo neben dem stuhl liegt ne ne er sitzt hier noch hallo alles gut lasst mich ruhig zurück die taste alle geräte ausheben belegt michael ich danke dir für deine donation du bekommst zwei daumen richtig richtig cool dankeschön an diesem sonntag mittag richtig geil danke für deine unterstützung der chat wird dir sicherlich herzchen geben nehme ich an auf jeden fall dir danke Ulrike schreibt ihm ist gerade du hast gerade mehr zuschauer als ich ls feuerwehrbilder servus servus michaela na gut aber ich habe dich ja gesehen jetzt hennel moinsen also tim wenn man opfer nicht mal richtig schreiben kann dann ist man glaube ich selber 1 geh doch zu hause du alte scheiße taylor meinten richtig geil jungs dafür bekommt der chat auch noch mal däumchen für die ganzen herzchen das muss ich glaube ich auch mal so ein monat einfach nichts mehr streamen und dann läuft das ne ja ob das nun gewollt oder ungewollt war weiß man nicht aber holand herz herzlichen glückwunsch zum geburtstag vom gesamten nordwest gaming team maxi oh gott ja kleiner spaß am rande naja muss sein ich möchte mich von dieser anspielung distanzieren ich kenne diesen mann nicht weiß auch nicht wieder hier dann konnte ja mach mal rasmus ich weiß auch gar nicht wer hier im hintergrund spricht lp mit lukas münsterland morgen kennen wir uns äh ist so aus der seite in anfangszeiten von l17 glaube ich ne eine ja ich habe irgendwann mal gesehen wie du den map gestreamt hast die wolfsmor den bau eine seitdem so ungefähr meinste für mich fühlt es sich an als wenn es ein leben lang wäre du weißt das doch ja 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 mathe sie mit kannst du im internet runter laden einfach mal nach googeln das ist am einfachsten ansonsten eine ganz heiße tipp im gaming vorfangen forum richtig ich habe hier ne von apgaming kommt die frage ist das die v2 das doch mal eine vernünftige frage ja 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 ehrlich mit der thematik beschäftigt richtig und rieke 31 elia moin achim wat schleim nähe schleim haben wir nicht nötig aber nicht möglich heute geschlossene gesellschaft die schüssel moin danke 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 dass sie eigentlich alles mit ihr ich hier nicht so rumeier ne ja ich versuche mal angelo moin sparen musst du der bagalut der wird sicherlich auch später kommen er hat jetzt doch ein bisschen was vor jens 90 24 oder so ach die lügen dich an die lügen dich an das kann ich dir so sagen ich fühle mich aber links nicht nur wie 24 aber das macht nichts vielleicht liegt das an vielleicht liegt das an der mütze das kann natürlich sein aber wenn ich die abnehmen würde dann sieht auch nicht besser aus als bei mir nur mit mehr haaren und die alles gut und selbst bei dem herrlichen wetter verschimmeln wir natürlich für unseren rechnern ist klar natürlich ok lp 9 e mein malzbier felix 9 grüßt dich nämlich alles dann eine schöne grüße zurück an dein malzbier uns geht's gut wampi 90 carlo auch 9 martis martis ja du hast eben den den kanal von einem berg gekocht das kann man sich auch da youtube ja immer noch kein multi stream bietet würde ich doch empfehlen beide in einen also zwei tabs aufzumachen und dann beide nebeneinander zu gucken habt ihr zwei perspektiven geht leider nicht anders bei youtube da sind andere sachen besser aufgestellt aber den sound auf dem einen stream ausmachen würde ich empfehlen ansonsten ist das irgendwie ein bisschen verwirrend das kann ich vollkommen nachvollziehen wenn ich aus dem fenster gucke hier ist blauer himmel strahlender sonnenschein aber warum deswegen nicht mal vorm rechner senkt die sonnenbrandgefahr oder so heute nahm wir doch noch ein bisschen eine frische luft ganz klar das habe ich nicht nötig wenn ihr euch das mal hier angucken ich war schon ich vor anderthalb wochen aber das zeug das ist schon wieder einen halben meter lang ungefähr das wächst bei uns wie verrückt also ist das im osten hashtag stoppel gruppe das wäre was gutes ja auch vielleicht machen wir nachher noch eine stoppe koppelt für unsere michaela mal sehen michaeli grüßt sich um ein ladewagen müsste hier noch ein bisschen früh wer denn sparen könnten wir gebrauchen ja vielleicht kommt ja noch einer beim sparen das wäre natürlich fett aber matthias hat das ging erst mal hingestellt sie ist doch schon alles bereit hier kann ich ja nachher silo verdichten haben wir noch wiesen die wir noch nähen müssen oder sind die anderen schon gemäht ich weiß gar nicht warte mal ich guck mal arbeite du mal weiter ich mach mal den restlichen die 1 die 2 die 3 sind fertig wir haben wir nicht dann und jetzt war ja ein kurzes mehvergnügen ja ich wohin hat man noch irgendwo ein zipfel ich pack schon mal zusammen hier ja nochmal ich mache hier den restlichen hier hinten noch hier war glaube ich noch ein bisschen land wird 643 9 du warst letztens bei lu grübe im live stream ich war der der zubringer gefahren hat ich war da nicht nehmen reden nicht Uni我跟你講 und er ist die zubringer gefahren war wow ich habe den kanal unter meinem video hier oder unter meinem stream verlinkt da könnt ihr gerne mal vorbei schauen ich kann gerne mal vorbeischauen crank ein viel spaß in der sonne sehr vernünftige entscheidungen ging das hier nicht irgendwo noch ein stück weiter niklas moin moin das ist leider nicht möglich geht nicht schreibt einfach nur moin funktioniert das vielleicht beim nächsten mal ich dachte wir haben das aussortiert mit diesem kannst du mich bitte grüßen es ist ein bisschen wie jeopardy ich hätte jetzt aus deiner antwort schon die frage formulieren können aber er hat es war eigentlich nur halb weil er hat vorher morgen geschrieben also noch so ein bisschen kleine frage mit rein gesneakt richtig alles 17 moin downhill moin herzlich willkommen so gestreamt hat gesagt du wärst da gewesen ich hatte aber schon gedacht dass der scheiße labert ich war nicht da ja leute und vergesst nicht bewertung ist wichtig bei herrnberg auch mal vorbeigucken und einfach mal ein däumchen da lassen wenn man nicht abonniert hat darf das auch gerne tun die ganze geschichte ist kostenlos tut nicht weh klingelt nur ab und zu blocken nicht vergessen richtig dann bekommt ihr auch sofort info wenn einer von den beiden von uns beiden online geht das geile sagen wozu ein schwader oder damit kommt matthias schon um die ecke scheiß fußgänger hier aber dann können wir uns ja quasi die ladewagen schnappen einer ist ja schon am feld ich kann auch mit matthias tauschen dann schwade ich matthias fährt ein ladewagen und ich fahren ladewagen oder florian schnappt sich noch einen ladewagen dann kann ich auf dem silo verdichten möglicherweise ich stelle hier erstmal die schneidwerk die mähwerke hier hinten hin glaube ich da aus ein guter platz lukas 9 also ich weiß nicht was ihr machen wollt matthias will bestimmt ladewagen fahren oder ja dann fahr du mal ladewagen dann ist mir egal ob florian schwaden oder auf dem silo dann fahr ich hoch zum schwaden war das steht hier schon oder muss ich ja im livestream auf silo leute das habe ich die letzten streams von mir auch hinbekommen mit dem schild läuft auch ja ich hole mir auch eins ach da ist der hoch also langsam finde ich mich hier auf der karte auch zurecht erst mal ist es ja gruselig gewesen ja auch ne ah läuft schon sooo bum 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 hat sie ruhe bin ich jetzt richtig platt ich bin nicht verkehrt gefahren lücke ich habe ich habe hier nur die walze gekauft sehr gut brauchen wir ja noch florian schwaderträger stehen oben an wiese 3 ok vielen dank für dein abo und herzlich willkommen am stammtisch 1 kölnmann 9 bei die ist glaube ich noch nicht fertig ich gucke jetzt mal sagte ja die anderen sind fertig doch dd ist ja noch kein ja die anderen müssten fertig sein es dürfte nur noch der hat das eine feld sein da so ladewagen sind beim händler ne ja einer steht da noch dann hole ich den noch mal weg kofen wo ist das alte schild da hinten noch mal gucken ob ich das hinkriegt mit dem schild also ich habe mir die schild steuerung auf auf dem joystick gelegt und ich muss sagen das funktioniert 1a weil du es dann viel feiner justieren kannst dass es mit der maus irgendwie geht ok persönliche meinung anheben ok er ist abonniert dann vielen dank auch für dein abo und kann ich das nicht anheben axi moin es ist oben oder wird ach für den träger muss ich das kleine nehmen nein mal maus steuerung linke maustaste gedrückt halten und ach ja na klar du läuft die funktion habe ich mir auch ein joystick gelegt das ist viel charmanter hätte ich mir auch machen sollen kannst du mir noch mal eben kleines gewicht hier hinzimmern ja welches niklas moin wir haben immer so mittelgroßen für den laderwagen soll das ja passen äh kriegst du das hier alter voll die fetten reifen hier haste ach so warte ich dachte du hast deinen schlepper wieder mitgenommen niklas ich danke dir fürs abo schön dass du dabei bist oh klar so das war es dann jetzt für dich hat er den schwader geholt mit schlepper ja aber jetzt steht hier noch ein schlepper mehr api gaming ausrufezeichen joystick normalerweise nickis place lord mit welchem gelenkrad mit dem g27 michi moin das fängt ja schon gut an ja ihr wisst ja und dann ich auf ein silo es wird wieder ein highlight also irgendwie suche ich suche ich mir in unseren streams hier immer das beste aus oder ist hier nicht ein weg gewesen ja ein fan moin alles beste zu danke hoffen wir bei dir auch ach da hinten ja rum müssen wir nikita moin ich mein kanal bild erstellt habe oder habe ich bei google einfach mal nach ja hier so comic avatar creator ich weiß aber auch nicht mehr welchen die es genau genommen haben mister cool ich bin morgens und wenn die map ist ziemlich cool ich glaube sonst würde ich auch nicht spielen nicht jeden morgen nicht jeden morgen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin warum machst du das die frau aus dem haus ist hier steht ein fan warum steht ich rausgehen müssen unkraut zupfen auf dem rasen oder so mal schauen muss ja auch gemacht werden ja warte mal jetzt habe ich mich fast verfahren wo fangen wir denn an mit dem ladewagen hier du machst du das auf der 1 auch oder was ist ach so ja okay bei dir ist fertig was ist mit dem fendt hier oben bei feld 1 ja ihn hatte florian mitgenommen den muss dann nochmal wieder weg bei florian dachte da steht nur der schwader ohne traktor mache ich ich habe eh nix zu tun Joel monzen träger wieder mitgenommen das geht gleich los blacky jo jo ich fahr den zurück und dann kommt man denn zu der 2 also hier offensichtlich nicht lang die 2 musst du auch oben über den hof da wo matze ist den kleinen weg ja wo wir erstmal wieder wenn denn auf der map spielen auch nur wir ne also so du spielst da separat nicht drauf ne ich habe ich habe ein single player spielstand den ich allerdings schon einige zeit nicht mehr angefangen habe oder nicht mehr weitergemacht habe ja ron moin wie lange wie du prinzipiell so wie immer das heißt so lange wie wir bock haben wie gesagt bei dem schönen wetter wird es wahrscheinlich auch in eine endliche zeit sein weil wir wahrscheinlich alle noch ein bisschen in die frische luft wollen richtig vielleicht noch mal ein paar real life aufnahmen machen heute hier johannes moin joel alles super läuft bei uns evin moin brian ps4 ersatz für die da ist sie die hashtag 9 h 2 vom kölnmann sehr geil kölnmann grüße gehen raus an kölnmann seine klasse da mehr schicken hier kommen wir nicht weil direkt mal hinter matze hinterher schön eng hier das gefällt mir ding ist gut ne ja ich fände so ein zufahrtsweg für die wiese 2 nicht schlecht hier oben musst du auch nicht lang musst musst du auch um den den dem weg mit dem wir zu wiese 1 und dann einmal rechts weg hier geht es auf jeden fall nicht lang kann ich euch schon mal sagen ich wollte das hier mal auskundschaften drohnen typ verpiss sich ansage du weißt du auch fremdwerbung mag hier keiner besonders nicht wir was der silo ist hier hinten hinterm da wo du eben eingestapelt hast haben wir um 19 der stream leckt ein wenig muss an dir liegen bei mir liegt nicht bei mir liegt 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 leck 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 zeichen bescheid so sachen genau dinge hört doch mal auf mit der selbst werbung ja jungs aber das machen wir schon wir können uns auch über vernünftige dinge unterhalten mal an hier den kram auf dem richtigen weg bin noch ein bisschen map befahrung hier hier ist noch hecke 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 und hier ist ende gelände hier stehen die hotties ich habe wiese gefunden sehr gut hast du hattest an vielen vielen geburtstag ja mag dann alles gute nachträglich zum geburtstag ob ihr da können wir direkt mal den ach was die rolle schiebt das alles zusammen ist das wird ein highlight hier leute lachen möchte bitte einmal umschalten wie gesagt da ist die funktion des multistreams nicht gibt am besten zwei tabs aufmachen dann könnt ihr uns beide verfolgen ja ich kann dir den link zum schon hier nicht finden das ist so einfach den zu finden verbinden mods und dann unter foren eigene mods ganz einfach ist kölnmann im stream kölnmann ist nicht im stream der chillt wohl sein leben auf dem sofa der soll grillen also grillen justin vielleicht ja ich nehme an ja das spieler wir machen ein bisschen grassilage jetzt hier wir haben die wiesen gemäht und in schwatt gelegt und jetzt wird erst noch ein bisschen grassilage für die viecher zusammengefahren manuel moin wie ist das denn wenn ich vorwärts fahr und die walze runter macht mal gucken kano 08 15 9 morgen gibt es euch auch noch wieso sollte uns morgen nicht nehmen die walze ist scheiße soviel da fehlte ein komma morgen kommen gibt es euch auch noch schade sind doch nicht weg das ist scheiße war nix mit weltherrschaft alleinige wird nix zusammen macht es auch viel mehr spaß ja ist so das machst du immer dein leben hier auch bei euch euren kram so wie sieht es denn hier aus 84 prozent verdichtet eieieieieiei eieieieiei eieieiei janis moin sind ich glaube ich muss hier in der wurzel gleich mal fenster aufmachen meins der ja 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 kommt dein geruch wieder zum tragen ja man ich meine in der treckerkabine ach so du wir sammeln gerade den gleichen schwann ein ok tobias ich habe die vorher noch nie benutzt aber wir haben nix anderes hier auf dem server wir haben noch nicht mal diese rech silo diesen rech silo verteiler irgendwie ich glaube ich werde gleich noch mal losfahren mit vernünftiges gewicht holen oder so ja ja siehst du mit ein bisschen eigenanstrengungen findet man alles debinator am 19 das sieht doch gut aus seit 12 also gerade mal 30 minuten da geht noch was lohnunternehmen reif ja sascha am 19 und gruß an deine eltern ne charon jo g 27 ein schwatt war zu ende was ist denn oh gott hier alles kreuz und quer was ist denn hier los das war stefan er ist nicht da so klar wärs war oder deswegen können wir das jetzt auch so sagen richtig racing team oberwiese moinsen den hab ich noch gar nicht gesehen df auch nicht moinsen jungs 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 sebastian auch moin herrliche schön dass ihr bei diesem wetter auch zu uns gefunden habt simon moin idealerweise schön mit dem laptop auf der terrasse das ist doch jan zockt moin das hat richtig was würde ich auch machen aber da müsste ich meinen schreibtisch komplett auf der terrasse räumen ja luca moinsen joa ist noch nicht ganz voll 97 98 siehst du der piept nämlich so schön der saurhund du ist er voll ganz hockt moin hatten wir das nicht schonmal warte mal floma moin luplo lu moinsen wie findest du die gemeinde rade hm weiß nicht hab ich noch nicht drauf gespielt erst mal wieder wird auch auf jeden fall kein projekt von uns wir haben wir haben genug habt ihr ja vielleicht gesehen wenn ihr uns auf facebook äh quasi abonniert habt dann habt ihr gesehen dass unser neues kind jetzt einen namen trägt und lohnunternehmen reif und drohnentyp euch danke fürs abo schön dass ihr dabei seid sehr geil ja felix so ein bisschen äh pollenanfällig bin ich auch aber momentan hält sich das noch in grenzen lego free moinsen 31 daumen uha bewertung war uns doch wichtig jungs was bewirkt die walze eigentlich außer gewicht ja sie wir haben gerade festgestellt sie macht hier silage oder gras weg also du kannst damit quasi wege erstellen was ziemlich äh ja 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 feins logik ja und ich habe jetzt noch mal endlich den Weg zum silo gefunden haste siehst mich ja so halb ja wo kommt er denn ja verdammt wieder falsch abgebogen oder 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 doch das also den deinen namen können wir schon mal lesen ja hier so über fünf ecken so über fünf ecken klappt das hier schon sehr gut verdammt siehst du ich bin doch zu früh abgeboren du kommst hier schon an ja irgendwann schon irgendwann schon ihr seht schon ich bin der ortskundigste hier von uns oha rasmus oha jetzt haben wir schiss nicht dass oma nachher noch in ts kommt das verspricht er doch schon zehnmal oder ja das stimmt er wollte ja mal dass oma mit in ts kommt aber oma hat sie ein bisschen gestreut ist herrberg da äh der streamt selber machst dir am besten zweiten tab auf und dann geht das los ja vorne am besten dann haben wir das silo hier mal mach mal fahr doch einfach rüber das ding ist von zwei richtungen ja da so kipp doch ab ok mach das doch kipp ab wird gemacht Pole 19 schon mal ausklappen hier ganz genau weiß ich es gar nicht gegen welche Pollen habe ich mich nie drauf testen lassen also muss ich mal merken wo ich hier rauskomme dann kann ich dann nämlich nächstes Mal ok ja habe sonst eigentlich nicht so einen schlechten Orientierungssinn aber hier komme ich irgendwie brauche ich ein bisschen bis ich klarkomme wir sehen das genauso hat 38 Daumen und Zuschauer ja sehr geil ich habe mich gegen die silowand gefahren auch sehr gut auch sehr geil läuft bei dir läuft richtig Jungs erfahren moin ja ich habe wie immer keine ahnung wie viele Zuschauer wir gerade sind wisst ihr ja ich guck da tatsächlich nicht aktiv drauf Lohnunternehmen Reif ja wir sind MTS wir sind noch beim Livestream Raum und während des Livestreams sind nur Leute bei uns die auch mit uns auf dem Server spielen da dies kein Community Event ist sind halt nur wir hier die sie zockt LP moin Oha gleich habe ich Silo wieder versaut ich klapp das Schild mal zusammen ne komm nur mal durch ja ok ich komm wie kann man sich Jünger kaufen gar nicht ne gar nicht gar nicht Tom 08 15 moinsen Zeitpanel gekauft sehr gut Prinz moin bei dem Kreis kann es auch nicht mehr gerne von mich an mir geht es bestens oh dein Arbeitskollege das tut mir leid mich ja das ist natürlich bitter Oma ruft an ja er war schuld es gibt sie auch eine Nummer Lohnt sich LS 17 hast du das 15 ich würde sagen ja locker weil es natürlich der wortgeschrittenere ich sag mal Simulator in Anführungsstrichen ist Lars-Fan moin Peter Kevin grüß dich ja das stimmt wohl kennst du L Uhr harte gehört habe ich das schon mal ja oh so warte mal ey ich muss mal hier mach mal mach einfach ne wo ist denn Philipp ne so nicht mit der Walze macht man sich das Silo kaputt das haben wir auch schon festgestellt Philipp aber als Gewicht haben wir sie hinten dran sieht doch gut aus oder wie find ihr auch Christoph zockt ich bin scheiße ja Christoph du musst ja nicht zugucken ura hier kommt schon der nächste Leute ich sag euch das dort nicht mehr lange dann versau ich das Silo hm Lehrer kommt sie mit dengemeinen Erde macht uns auf jeden fall immer riesig spaß von daher einfach machen deswegen machen wir das ja hier um spaß zu teilen reiner osterhase lp 9 hier mit unserem silo nicht noch nicht gesehen muss ich mal reingucken jonas grebe und farben mittig oder ich fahre noch mal ein bisschen weiter weg weil irgendwie sie ist ja die beiden tape verschiedenen texturen da haben silo ja da ist dann wahrscheinlich kein trigger mehr raffinator es lohnt sich noch nicht auf jeden fall länger zu kaufen wenn du ebenso viele spiele spielt sie auch mit länger spielen kannst also wenn jetzt so werder ego shooter typ ist dann brauchst du auch kein lenkrad ist klar glaube ich aber so ls würde ich zum beispiel nicht mehr ohne lenkrad spielen oder auch ets ja dann fahr mittig hin fahr noch einmal rum und dann mittig rüber oder so hast du schon geschafft das silo kaputt zu machen das hat das silo selber geschafft das hat das silo selber geschafft da muss ich matthias ja mal recht geben ausnahmsweise wir suchen leute joo könnt ihr werbung machen bitte nein florian und dann mit der aussage da unter kannst du dann auch direkt gehen heute kein bock drauf ist demnächst ne fremdwerbung brauchen wir hier nicht entweder übernimmst dich oder du gehst die frische luft genießen hier ja gleich habe ich es geschafft koppeln tut schon oder vielleicht auch gerade über den sport fahren das gras hier raus kriegt ne glaube ich nicht ne muss ich aber mal gas geben dass ich silo hier mal wieder ein bisschen glatt jetzt so ein regt silo verteiler das wäre was ne wisst ihr vielleicht warum hast du update installiert 1.4.4 wenn ja würde ich dir empfehlen das ganze spiel noch mal neu zu installieren erst deinstallieren komplett und dann noch einmal neu zu installieren das muss da setze ich 100 euro gegen das muss glaubt er ist schwanger das muss glaubt er schwanger ich glaube er ist einfach nur fett das muss also ich erinnere ich daran du bist ja ein typ also bei dir ist es wahrscheinlich dann eher fett anstatt schwanger class fan moinsen weiße bescheid ja ich bin freitag und samstag dann super das gras macht dann nicht mehr was ist denn hier jetzt f30 sitzt da naja das ist schon erfährt sich florian ach so ihr seid mir auch erfährt sie da kannst du ja nix für auf mein link hat ich weiß gar nicht zu welchem kurs ich das damals bekommen habe die 27 so ein bisschen hochwertiger gute frage jetzt jerry auch die vielen dank für ein abo und herzlich willkommen am stammtisch so gras ist weg musste ich mit der walze machen deswegen habe ich die auch eigentlich mitgebracht ich bin ein bisschen bewusst schon dass das passiert ist der herberg auch im ts ja sonst könnte der ja nicht mit uns reden ja okay dann kriegt freutag samstag war ja steckt und socker ne jetzt hier einen auf schisser oder was äh karpfenangler mit einer 1050 ti kannst du alle 17 locker mit mods und maps spielen nö dat reicht nicht das ist grafisch zu anspruchsvoll also unter 10 80 ti geht da gar nicht osterhase lp nein minecraft äh nee äh martin nee wir spielen heute in einer kleinen geschlossenen runde hier mf moin lineplay aber blackie wenn du minecraft spielen willst du ja im keller ganz viel lego steine ja apropos lego sehr geil ich hab dir in dem angebot lego worlds gekauft ich bin mal gespannt ich hab's noch nicht ausprobiert oh dann kannst du mit der frau zusammen streamen die wird das bestimmt auch gerne mal ich hab's noch nicht ausprobiert ich bin mal gespannt war nur relativ günstig dass ich es geschossen habe und ganz ehrlich jeder mag lego oder locker meistens lego technik oder ja lego technik ist natürlich so dass nun plus ultra johannes moin so finde ich jetzt den weg zurück zum silo ohne karte ich probier's mal aus also wenn ich gleich vom ende der welt runterfalle dann bin ich vorbeigefahren alles klar tamo wünsche ich dir viel spaß beim trecker fahren hoffe du hast einen schönen tag schick doch mal ein paar bilder jetzt die dos moin ide einer latschen wieder seelenruhig über die straße ne ja klar kann losgehen verkehrsunfall mit personenschaden aber ich glaube sie hat es überlebt meinste ja war das die blonde nee die brünette weißt du die die immer vor die fahrzeuge springt hier denn ist nicht so schlimm ich will doch aber nur die scheiben sauber machen dann dritte ein euro in der hand und dann ist sie glücklich meint ein euro reicht ja die ist da nicht so dieser die ist die ist okay ich wollte es nicht sagen will ich aber das hätte sich auch komisch angehört ja habe ich ein gaming pc also auf meinem pc steht nicht drauf gaming pc ich habe meinen pc selber zusammengestellt er ist schon auf gaming ausgelegt aber gaming pc ist ja auch nur so ein marketing begriff dass die hersteller dafür mehr geld verdienen können geld verdanken können da kommt der chef hallo wie geht man hier so hin ja fahr mal fahr mal so gleichmäßig 7 km h und dann ja warte ich kann auch langsamer fahren aber dann verteilt ihr das nicht so schön mit sie essen da musst du ja dann zurecht mitkommen ich weiß das ist ja das problem ist das nicht akkurat oder ist das akkurat das hast du richtig akkurat gemacht ich hau hier wieder nur dällen rein also mit diesem schild das muss ich zusammenklappen das ist deko hauptsache wir haben es dj moin alles klar nicht an der frischen luft oder was der trick ist das schild auf halbe höhe und dann mit 2 km h oder so rüberfahren 1a niklas moin rasmus einfach schicken aber ich lass dich erstmal machen du machst das schon ich wollte gerade ratschläge geben was da silo schieben mit dem schild angeht aber nene lass mal ich mach das schon hier du hast da schon deine best practice entwickelt ja logo ich fahr das einfach platt wie früher ich komme aus der zeit wo man einfach drüber gefahren ist ach so hier hilft viel nix mit schild und silo verteiler und ne so ein scheiß gab es nicht ein heckgewicht und fertig technisches gedöns ja mit dem frontlader ein bisschen in mais verteilen und fertig neumodischen krimskraft so ein schwachsinn europäische alles bestens ne jens moin man kann nicht klagen vor allem nicht weil ich jetzt eine woche urlaub habe was richtig nice ist sehr geil dann ist unserer liebe ja freien lauf gelassen oh ja herrlich endlich mal wieder knutschen oh Gott was tun wir hier wenn das die Frauen hören Jo Stefan da freuen wir uns jippee Stefan kommt ja Stefan kommt du musst weg kannst du nicht auch mal so eine alberne Mütze aufsetzen wie Herr Berg was heißt denn hier alberne Mütze ich hätte da noch eine von Agrabis Fussi 005 Moinsen oh ich muss weg Matthias fährst du links also mittig mittig ja ich war jetzt ich war jetzt wie Moinsen jetzt war ich die letzte Woche nicht beim Sport dadurch dass ich zwischendurch krank war mal gucken ich wollte es die Woche mal wieder laufen gehen bei den Wetter bietet sich das ja an und ab nach Ostern geht es dann auch wieder drei Mal die Woche ins Studio muss ja blauer blitz 19 ein schlafzocker nein du hast nicht verpasst und falls du das doch denkst kannst du die aufnahme einfach später noch mal angucken und einfach wie lange geht das stream noch so lange wie wir bock haben wo mir gehen die schwaden aus was denn hier los max mit dem g27 das war ja auch schon wieder schlecht glaube ich häng aber ich bin generell vorsichtig mit allem was so erkältungsmäßig so aufs herz kreislauf system geht dann sollte man es eher ruhig angehen lassen unternehmen reifen morgen hat das schluss mal mit mir mts reden ich selber nutze gar kein teamsweg sondern discord wenn man nicht einmal erwischt dann ist das durchaus mal möglich jetzt habe ich es recht nicht versaut jungs ja ich bin noch langsam gefahren aber ich krieg das einfach ich kann das nicht mit dem ding ich kann das einfach nicht da brauchst du ein bisschen ski ja das ist wieder wie ballen laden weißt du ja ich mache hier vorne habe ich schon wieder alles weggeschoben die scheiße unter dem reich ich bin gerade mts ja da wir aber gerade zusammen stream ist das momentan nicht möglich tutorial zu meinem headtracking einstellen das wird nicht nötig sein weil meine headtracking einstellung alle auf standard sind das heißt da brauche ich wirklich was an tutorial machen ist ja was ich jetzt mache ich kaufen radlader warte mach ich das silo mal wieder aber die die silage gabel haben wir gar nicht nein kann ich alles wissen danke ich hoffe bei dir auch david moin dann bringt das auch nichts reiner habe ich nicht vergessen gerade ist die woche urlaub da schaffe ich das bestimmt mal vorbeizugucken es wird doch wieder express essen es wird doch wieder erasmus kannst du mein passendes anabolika empfehlen da bin ich glaube ich der falsche ansprechpartner wo haben wir hier noch ein schmack liegt da hinten noch was nene einer ist noch nie mir aber dann ist ich glaube ich gleich schluss den sammeln ich nur eben auch stefan das weißt du doch das machen oder immer so aber du suchen wir erstmal deine taste r auf der tastatur im spiel macht der prinzipie ist es erstmal ziemlich entspannt und wenn man landwirtschaftlich so ein bisschen interessiert ist dann hat man eigentlich so vom grundgedanken ja auch schon spaß dran auf jeden fall vielleicht kommt ja irgendwann noch ein spiel erst im realismus noch ein bisschen näher kommt vielleicht 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 wird das ja dieses jahr noch was man munkelt ich weiß ich weiß auch nicht aber schade nur für die die schon alle bezahlt haben für die ist das ein bisschen wenig martin moin die auch einen schönen sonntag finde ich sowas bräuchte bullen hitze was also bullen hitze würde ich das jetzt nicht beschreiben also wir haben aktuell 13 grad aber die sonne ist schön warm die ja auf jeden fall die geht richtig ab ne das ist schon akkurat ja welche wiese haben wir als nächstes die hier ist leer ich habe immer die 1 die 2 und die 3 habt ihr ja jetzt erst mal runter zur 3 dann hat florian da oben genug ruhe ich kann es schon anfangen wir schon fahren um die zwei habe ich nicht das ist auch kein spiel was mir spaß machen würde fernboss simulator wer was hätte ich drauf aber bestimmt nicht lange aber ich habe wirklich wieder so raus kam da habe ich überlegt ob ich mir das kauf ne janik monzen weil die access von kellen jobs ja ist ja wie sagt nur ein paar wochen verschoben laut letzte aussage muss man mal gucken ich bin ja ja eine offizielle aussage war ein paar wochen verschoben ja ja haupt ja fast hin jetzt mittlerweile ende märz sollte das oder nicht war der erste angesagte ja aber wie gesagt also solange danach die qualität passt dann ist das ok ja natürlich habt ihr jetzt ein traktor wir haben mehrere mehrere stehe da stehe ich es wir können okay müssen einmal wieder am hof und bei oder das oben hoch ja justin kehrmaschinen simulator ja dass es gibt doch auch hier kfz ja simulator und es gibt doch eigentlich alles an simulatoren oder eigentlich alles ja niklas moin leon grüßtig alex hat auch gesagt wird warm ja wie soll ich einfach mal aus dem fenster gucken felix jetzt den ziegensimulator haben wir mal auf montage in spanien haben uns den runtergeladen da war der kostenlos da haben wir die ganze zeit haben wir da gesessen haben den gesuchtet am weger lustig wir haben uns noch nie so tot gelacht mit diesem wenn du mit der ziege darüber rennst und dann auf dieses trampolin und wenn die dann so hüpft das sieht mega geil aus er ist richtig geil gold simulator damit ich bin aus hannover der rest kommt so oben aus schleswig-holstein glaube ich ne größtenteils größtenteils aus dem echten orden ja 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 land der horizonte felix keine ahnung ob herberg mal nach henning kappa gegoogelt habe ich nicht grüß dich ich habe call of duty und lange 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 nicht mehr gespielt weil mir das einfach inzwischen viel zu abgedreht ist hast du zufälligerweise black ops 2 für den pc nein schade was ich ganz cool war hier wenn viel vier der single player war ziemlich geil modern warfare fand ich auch noch ganz cool weil es so halbwegs realistisch angehaucht war richtig klasse zwischen sind ja komplett abgedreht also ja so momentan spiele ich spiele ich viel kurz vor dass ziemlich geil weil es halt auch so ein bisschen mehr in richtung realismus geht wenn man ja mal wieder zocken mal gucken werde viel viel müsste ich mal wieder aktivieren ja ich habe da auf dem neuen rechner geht es wird und eben wie kann ich mit dem anmelden und ob das war schon eine e-mail hingeschickt habe aber keine antwort bekommen also eben was ist bestimmt wieder ein f30 fehler gehe ich stark von außen rob gaming tv 9 sind sie mir auch noch mal ganz cool mode ist escape vom tag auf das finde ich sieht auch ziemlich geil aus rob gaming auf rügen war schon öfter ja spiele gerade in dein lego keller in ihm und so pj man sieht sich gucken wie wir zurückkommen müssen wir hier so oben und dann darunter tüdel und so mal und so versuch mal nochmal habe ich hier 100 prozent verdichtet ja habe ich und das silo sieht auch wieder einigermaßen glatt aus und vielleicht wäre es möglich wenn ihr der nächste kommt mit ich auf dem silo erst anfangen abzukippen mit 7 kmh weiterzufahren damit wir hinten auch noch mal was hinkriegen wo hängt dann jetzt wieder hier ich verarschen weißt du doch nicht der baum wollte mich verarschen hat er dich angemacht warte ich komme mit der kettensäge ist so anhänglich gleich sehe ich nur um fabian der zocker 19 warum hier mit dem arsch ich bin bekäft ich schaue bekäft aus was mein bing wenn du das so empfindest dann ist das okay für mich aber ich weiß ja dass ich keine drogen genommen bis auf die tabletten den sehe ich denn da hannes der kann es heute morgen bei der tabletten ausgabe warst du der erste immer immer der erste schön dass du auch da bist danke geben uns so halbwegs mühe aber sonst muss ich glaube müssen wir gleich mal hinten anfangen ja alles gut dass das sieht schon sehr gut aus mit meinem geschiebe ist es natürlich nicht so doll aber ich fahr das blatt fendt 5 16 vario stream beschreibung gelesen fragezeichen auf jeden fall kein moin geschrieben spider moin hallo fährst du rechts wenn du mich recht hier so 7 km haben es werden moin und erst so ab mit ich sagst du liegt wahrscheinlich da ja ab mitte bitte dass ich rasiert bin ja das kann natürlich angehen habe ich gut gemacht ne schön drei tage hier und herzlich willkommen am stammtisch posterhase lp ich wünsche dir einen entspannten tag genießt die sonne und bis demnächst jetzt komme ich den stress hier ja ja gerade so gepasst ja ja gut und agar service schwaben auch dir vielen dank für dein abo herzlich willkommen am stammtisch black driver moin und grummel grüß dich oh das hört sich wieder nicht gut an nicht 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 reden alles gut also ich finde dass diesmal war gar nicht so schlecht ich bin halt kein profi auf silo das funktioniert stefan hat den channel betreten habe ich ein foto von meinem schreibtisch hier mal gezeigt drei tage rasiert auf drei tage zurück rasiert du weißt ja ich bin faul und das grummel auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist ich mache das hier immer mit diesem kennst du diesen hier der der auch für die haare gut ist mit dem da einmal ohne aufsatz rüber dann sehe ich wieder hübsch aus im gesicht noch hübscher noch hübscher du weißt du es gibt es es gibt personen die mögen dass wenn das ein bisschen kratzt krummel moin ich weiß habe ich gesehen habe ich auch gesagt danke dafür wenn du deinen kopf bewegen tust warum geht es in spiel auch magic schweinchen fahren grüß dich ja das nennt sich head tracking geben einfach mal ausrufe zeichen head tracking jetzt brandneuer kommando für night board das werde ich bestimmt also ich das jetzt hier gar nicht so verkehrt den rest fahren wir so aber das kann ich beim nächsten mal machen danke für den tipp so jetzt aber johnston dafür das richtige passwort nehmen ja mach mal sind seit 5 april am gülle fahren richtig geil schick mal ein paar bilder an ist das hätte richtig video von jülle jülle ist geil hauptsache es stinkt attacke mit kacke aber richtig voll im gang immer tag mit kacke und sie alles bestens hoffen wir dir auch hier schreibt man hätte und tommy auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist sehr geil jungs und meddelt die frauenquote ist auch allgemein gestiegen finde ich ne zumindest vom namen her ne ja vom namen her ist ja nie was dahinter steht lukas warum benutzt du die walze als gewicht aber ich wusste vorher auch nicht dass man die nicht zum silo plattwalzen benutzen kann mohammed schweinchen fahren auch dir vielen dank für das abo und herzlich willkommen am stammtisch gerd moin lass die haare wehen jo horse mache ich bin ich beate stream ok was ist beate stream benjamin moin beate stream das ist glaube ich 23 mit dem zwieback das mache ich nur in ganz seltenen fällen die zockt auch ls ja da gibt es ja mehrere die ls so ist nicht aber alles und jeden kenne ich auch nicht wer hallo beate beate kenne ich nicht ja auch nicht wer ist ein beate volle granade das ist renate spider schon seit den letzten elf folgen ja wir sollten jetzt noch michael danke für den kaffee danke 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 kaffee ist immer gut 27 schwarzes wasser geht auch eine gute alte fritz ich habe gerade schluck cola genommen der ober bis später auch wieder da mein frau ich will lieber essen fahren da müsste ich mich aber anziehen also bleibe ich faule dir diese mein frau ich immer heute was soll ich mal jedes tag im zoo du könntest von der karte war ich war okay alles klar entweder ladewagen fahren oder noch mit verdichten mit verdichten das lohnt nicht ein ladewagen schaffe ich den bräuchten wir nachher eh weil dann sind wir ja genug dann können wir den meist noch unterholen hier auch noch mit rein kippen oder ja nice ladewagen stehen beim shop nicht noch eine den hat ja er hatte es ist krass nehmen was gerade so auf dem zoo an hofer umgehackt wird gegen wieder fragwürdigen peter material ich bin echt schockierend was auf facebook so an kommentaren und weiter veröffentlicht wird da sieht man wieder die anonymität des internets liegt wieder voll zu recht gruselig was mit peter 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 hat videoaufnahmen offensichtlich bearbeitete videoaufnahmen aus dem zoo an hofer veröffentlicht wo angeblich gezeigt wird dass die elefanten bei der dressur geschlagen oder mit diesen haken leben maltretiert werden die haben noch lange weile oder ja natürlich man sieht aber eben dass das teilweise sound effekte mit rein gearbeitet wurden und dass teilweise das material als im zeitraffer abgespielt wird und das ist dann halt auch so definitiv aussieht als wenn ein elefant geschlagen wird schneller abgespielt wird ja ok und wie die menschen nummer sind skandale da treten alle drauf an und keiner hinterfragt mal auch so die machenschaften von peter und so weiter matthias hier mit ich gerne also ich bin immer weg bis später jannik hat den channel verlassen appellieren geht nicht jeden skandal mit hinterfragt vielleicht auch mal das was da veröffentlicht wird und ls 17 streamer so sieht es aus weil ich bin alt genug und ich kann das selber entscheiden ob ich rauche oder nein da ist aber mutiger das auch verboten ja das mir egal wir fahren mit hannes schreibt wir fahren mit 74 30 mit 3 und um mich schleppschlauch verteiler und grubber mit einem 6520 und lemken smaragd 9 richtig geil schick mal wenn du bock hast kannst uns ja mal ein foto schicken das hätte richtig style wo ich muss andersrum schieben wo soll ich hinkommen dann bitte aber diese 1 ja mach mal eins oben johle ist noch genug ich hab ich bin hab ich bin hab ich bin abhandelt tut euch benehm richtig Sven so sieht's aus auch herr erasmus kann sich benehm schon ein virus ja öfter mal so grippaler-infekt und so ne holz schnupfen holz schnupfen holz schnupfen holz schnupfen ok ja ich hab holz allergie das ist viel schlimmer holz allergie ja jedes mal wenn ich so im ls versuche einen baum zu sägen dann bin ich weg das ist ganz schlimm aber blacky hat das auch dem geht's genauso ich krieg da richtigen harten bei wird nicht frech richtig wird nicht recht ein richtiges brett aber ja ne hier so forse es war benjamin lohnt unternehmen aber heute ist auch sonntag benjamin erst mal nach den stream zeiten von pj schön ich dachte ja das ist das ist der qualm mod zweck hat es recht ist der qualm mod max vario meisen sara spielt ach sara spielt die kenne ich auch irgendwoher zufällig hier und siehst mich hier ja guck mal wir verplanen fahren mit schleppschuhe vorsicht ok gespanne er schon wieder hier und ich sag noch macht die augen auf mir kommt noch einer musst du mal lauter sprechen du hast und gesehen also eure einigkeit muss auch am namen liegen gerinken drücken und sprechen eine zweite version er wieso stehe ich so stehe ich hier auf im silo müssen wir dann noch mal ein bisschen was schieben wer weiß ich schieb hier einfach noch mal ein bisschen was jetzt habe ich versaut max vario ich danke dir fürs abo schön dass du dabei bist du hast mich auch gerade weggeschoben ja siehste akkurat akkurat so ein lauch ist halt mal schnell in die ecke gestellt ne martin weber meisen hier die schweine bauern laufen wieder auf der straße rum gerrit map ist nicht die richtige das ist die gönnstedt v2 vom holger uelzen guckst du mal im gaming for fun forum sie wollen mag es nicht mehr so gerne l17 gibt ja auch noch genug andere spiele bei mir so ist ja nicht ne wenn du mal wieder fließt zum beispiel ich freue mich ja über jeden der echt mal auch mal was anderes anguckt und nicht nur ls ich hoffe das ist ganz lustig wenn man mal so die abo zahlen anguckt die letzten teams also dienstags zeige ich ja immer ls wenn da zwischen den tagen keine ls kommen siehst du echt die die abonnenten die dienstags dazugekommen sind herberg ab mitte mittige spur mit der gleiche anzahl geht eigentlich innerhalb von einer woche auch wieder flöten weil es keine ls gibt john deere fern 19 ab mitte noch mal ganz froh wenn ich was anderes spielen kann als ls oder wenn ich mal was andere spiele so geteilt auch durchaus andere spiele die unterhaltsam sind mir durchaus auch spaß mal teilweise noch mehr spaß machen also ist aber ich ja nicht sagen ansonsten werde ich ja verbrannt geteert gefedert und vom hof getrieben oder so in der reingfolge genau loch ja wenigstens ihr macht das gut herrlich wie heißt ihr denn auf insta nordwest gaming heißen wir auf instagram da passiert aber nicht so viel weil irgendwie kann ich mich mit insta nicht identifizieren ich habe jetzt mal beim schweinehof irgendwo hochdruckreiniger nirgends mein gott also die das meiste spielt sich wirklich auf facebook ab da erreichen wir auch die meisten personen das ist halt und der rest mit dem kann ich mich irgendwie nicht so ganz weiß nicht instagram ist nix für mich wir haben da zwar ein profil kannst du uns auch gerne ich versuche das immer mal wieder irgendwie aber ich komme damit einfach nicht klar habe ich zu doof da vorne sie das gar nicht aber da fehlt beim brecht die reaktion sein es ist denn rbss eine moin muss du doch nicht er haben 67 9 6 6 irgendwas excel gamer 90 gibt doch nix schöneres als auf dem sonntag gemütlich zocken kaffee noch dann ist der tag perfekt da hast du recht so sieht es aus aber peter weiß ja auch nicht wer dieser herr brech ist von dem alle sprechen wer sind denn alle alle ständig wer sind denn alle brech haben sicherlich viele herbrechen gesehen alles klar dd ich wünsche den entspannen muss gleich gehen weil kein bock auf lkw das ist habe ich zwar aber ich muss sagen ist nicht so meins da zog ich erst korte also wenn ich wirklich online ein bisschen shooter spielen will dann bin ich montan tatsächlich ihren squad unterwegs und wie gesagt escape from tarkov will ich mir auf jeden fall angucken das sieht nämlich richtig gut aus an der nordseeküste max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ls zocker 6 6 6 wot ist besser ok deine meinung warum auch nicht es gibt ja viele verschiedene spiele ich spiele am liebsten alle 17 so ist es so ist es da kann ja jeder zugucken wo und bei was er will wo sei noch beim ladewagen fahren helfen oder das dann zu viel hätte er wird zu viel da komme ich den stress ich kann doch mit dem schild nicht mal mit spielen ist nicht möglich wir haben heute ein bisschen geschlossene gesellschaft zugucken ja mitspielen heute nicht der mensch dd moin du wirst vom pj gebobbt ja dann mob zurück legt dir mal ein feld zu du ich war und warum ist immer die beste idee feld mohammed schweine schweinchen farm danke für dein abo schön dass du dabei bist ja finde ich gut mohammed schweinchen farm der name ist richtig geil der gefällt mir also generell wer den kanal von nordwest gehen mal auschecken will unter meiner oder in einer stream beschreibung direkt unter dem video findet er ihn da könnte er sehen wie man das silo nicht schiebt es sieht hier gar nicht so verkehrt aus nun bin ich bei dir steckt und sogar so ist richtig immer 123 moin nach der steckdosen zocker ja moin steckdosen zocker der gewirkt dass hier werden aus ruhig dich mal guck nicht organisieren häxler das sieht gut aus ich würde sagen mittig wenn morgen welche käppi marke ist das ok hat keine ahnung ich glaube die habe ich mir bei ein bekleidungsshop gekauft nein und der kleidungsshop ja 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 hässlich jörg fisch auktion er will sie kann ich echt nicht sagen weil sie nicht müsste ich jetzt reingucken und wenn ich meine kappe abnehmen gibt's die haarexplosion das will doch nun wirklich keiner effekt und sogar was die stream auch oder gehe ich zu vernünftigen leuten hier auch steckt und sogar dann richtig mohamed man soll ja gleich durch abonnieren grüße eine sache oh man der dorn lässt kann ja wirklich nicht nett schreiben wirklich übrigens würg wie w rg aber richtig gut würde wie wird es kommt von würgen wirklich kommt von würgen ist der bruder von brech richtig vom brech der brech und der würgen herrlich du erwartest nächstes mal authentische ls kleidung ja wifo place moin hast du ein fein rib und schlippi oder was also ich könnte dir jetzt wenn ich jetzt hier ganz kurz afk gehe dann werde ich ein sonntagsoutfit anziehen junge lecki aber das beim nächsten mal mein fan t-shirt ist heute leider in der wäsche ich habe so ein sonntagsanzug den hat ja ja so ähnlich in den hat die frau letztens wieder gefunden und hat damit hier rum posiert ich weiß was du meinst ja ich weiß auch welche jetzt nein hannes frei frei lecki kaufst du einmal ein häxler warum kaufst du denn nicht müsstest du mir einmal das passwort zu kommen lassen ne was ein häxler ich stehe doch schon beim händler siehste matze kümmert sich um alles stecklosenzocker moinzen so jetzt hast du die nämlich an der backe viel spaß ja das ist nicht schlimm stecklosenzocker ist coole socke aber auch schon auf der hier lecki was wenn du dieses dein sonntagsanzug anziehst ja zehn minuten später spätestens geht die türklinge das schwöre ich dir dann kannst du ruhig rechts neben dir an die tür greifen meinst du garantiere ich dir damit macht er nächsten sonntag macht er mit seinem sonntagsanzug ein stream locker ja fabian w moin es sind kinder da blacky ja du der ist jugendfrei absolut das ist absolut er ist einfach cool denn ja fahrmann da hoch ja man minären welches feld sollen wir denn häckseln fünf oder 22 und welches du möchtest und dann bitte ab mitte stefan ab mitte abkippen mit 7 km h richtig der mitte mit 7 km h jawohl das ist das hin oder müssen wir die da noch ein bisschen ist das die mitte da bist du auf jeden fall schweinereiter läuft wieder über die junge 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 hat sie vielen dank für dein abo und herzlich willkommen am stammtisch schweinere ja dann fahr nochmal andersrum rüber und dann kipp mit das habe ich gut gemacht das habe ich gut gemacht das habe ich richtig gut gemacht onkel krischen bist du ein bisschen stolz auf dich jetzt er feiert sich wieder das hört man schon steckdosen zocker schreibt wer ich kaufe dir schon mal wund und heilcreme für die gc und heilcreme damit ich dich damit dann schon einschmeißen kann also mal ganz klar gesagt nordwest gaming hat mit den beiden nichts zu tun die beiden machen eklige sachen schnitzelrotweiß tv oh moin wie was ist denn ein verkloppen eklig also wofür brauchst du sonst wundheilcreme aber es auch nicht ja ne du bist schon da rechts 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 von dir aus das kriegen wir hin wenn du jetzt nicht rückwärts in mich rein fährst ruhig dich doch mal junge beruhig dich doch dann müsstet ihr einmal die zeit hochstellen oder den pflanzenwachstum auf schnell die sind nämlich beide noch im wachstum oh 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 weh so warte mal dann müssen wir vielleicht auch äh pflanzen schnell pflanzen sterben wahr ausspeichern hier heißt das spiel landwirtschaft zeker 2017 ja genau richtig farmer minzen Sind aber immer noch Fehler im Fahrsilo Manchmal nützt es nix Wenn man das Silo von Anfang an richtig bearbeitet Dann geht das auch Aber wer sich mit der Materie auskennt Der weiß, dass das auch alles gar nicht so einfach ist Das ist richtig Also da kann man noch nicht mal sagen Dass der Holger da jetzt unbedingt was für kann Dass es so ist, wie es ist Das Licht habe ich heute noch selber erlebt An anderer Stelle Das hätten anders machen müssen ExaD, moin Reicht eine Tube nicht Die sind vom hinterm Berg, jo Richtig Die sind richtig vom Die sind auch behind, die Junge Behind Richtig lit Traktor King, moinsen Oh, die wird wieder, ey Mein Gott, Blondie Immer die Blonde, ne Immer die Blonde Hast du meine Freundin übergefahren? Nö, ich hab noch rechtzeitig gebremst Aber sie hat echt drum gebeten Sie hat echt drum gebeten Wir lassen dann einen ganzen Also bis morgen wieder durchlaufen Das hell ist, ne? Oder? Hier klappt sparen Boah, mach mal Du Spacken Mach mal einfach Ja, kann ich einem mitspielen, du Spacken? Klar, gerne Farmer hat den Channel betreten KevHard, moinsen Du bist neu Ja, denn herzlich willkommen Hallo Und Farmer, moinsen Hi, na ihr? Na du? Hat es noch nicht Spaß? Nee Bis jetzt hat man Spaß Bis jetzt Bis jetzt, ja, aber Ja, weil es wird jetzt auch ganz schön düster hier Ja, ich merk das schon Die dunkle Wolken ziehen wieder bei euch auf, ne? Richtig, Felix Richtig Oh, ich muss Leid anmachen hier Alles, was geht Alles, was geht Alles, was geht Ich bin ja hier gerade irgendwo Mitten, irgendwo im Nirgendwo Ist auch verkehrte Welt Ich fahr hier auf dem Berg rum, ne? Ich fühl mich auch schon ganz gerädert Oha Traktor King, alles super Hier läuft alles Wir haben Spaß Welche Map können wir empfehlen? Welche Map wir empfehlen können? Ganz individuelle Sache, muss ich sagen Dem einen gefallen hat solche Maps Den anderen solche Große, kleine, runde, dicke, dünne Aber die Wie mit vielen anderen Sachen im Leben, ne? Die hier ist schon sehr zu empfehlen Wäre ein bisschen auch Realistisch steht Dem würde ich die hier empfehlen Ansonsten Mappinghausen ist auch nicht schlecht Ich meine, jetzt für den jetzigen Status Okay, könnte mal wieder ein Update kommen Mit so neuen Sachen Aber die ist auch auf jeden Fall gut Groß Die Felder sind nicht viereckig Der Helfer funktioniert nicht Alles das, was man braucht Also Maps, wo der Helfer partout nicht funktioniert Sind von Haus aus gut Martin schaut gerade beide Streams gleichzeitig Martin, du machst alles richtig So was für mich das volle Entertainment Daumen Große, kleine, dicke, dünne Ja, wie das im Leben immer so ist, ne? Brauchst du noch einen Designer für Thumbnails? Frecks, nee, brauche ich nicht Die kriege ich selber hin Oh, Patsi Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig Politisch nicht korrekt, mein Freund Herr Tor, jetzt sehe ich gleich den Spann nicht mehr Oh, Mann, ey Hier kommt mein Community Livestream Danke dir dafür Schön, dass du dabei bist Community Streams sind immer ziemlich schwierig Finde ich zumindest Weil Server-Mitspielanzahl ist halt beschränkt Und bei mir ist es ja zum Beispiel eher so Dass ich eigentlich eher Bock drauf habe Mit Leuten zu spielen Mit denen man auch regelmäßig spielt Und die dann nicht halt mal nur so im Stream mit dabei sind Enduro Rider, natürlich Ich muss mal gucken, ob ich noch so einen Community Server oder sowas An Start kriege Dann ist das vielleicht mal denkbar Aber bis dahin erstmal nicht Oh, Map Ende Ab Mitte bitte Da kommen wir so nicht rum Nico, moin Ja, ich sag mal so Die Geschichte Community Stream macht Spaß, ne? Also ich sag mal nur unseren letzten Da haben wir ja Silage von Mappinghausen geholt Mit der Community Es war echt ein mega geiles Leck mich am Arsch hier Scheiß Schiebeschild War mega geil auf jeden Fall Nur es ist halt auch immer so eine Organisationssache, ne? Ja eben Und dafür musst du auch Zeit haben und genügend Leute auch Ja Weil du als Streamer alleine kannst das total vergessen Da dann dich da drauf auch noch zu kümmern Oder es ist auf jeden Fall sehr sehr schwierig Was ist denn hier los? Warte mal La 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 Bleib drüben La 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 Nein Was soll das? So, unter dem Fleisch sitzt du drauf Weiß ich nicht Oh, wei, 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 wei Du hast gerade Lachflash mit uns Sehr gut So soll es sein Wie heißt euer Server? Der heißt Northwest Gaming Achso, nicht der Otto Nö Kann ja jeder Wissen wie unser Server heißt Oh ja, ja Nur nicht wie das Kennwort ist Mal wegen auch das, aber Das möchte ja keiner Mal so ne Frage in die Runde Willst du mitspielen? Hast du das alles in die Dropbox geschoben müssen? Nein Oder kann mir das einer mal so zukommen lassen, was wir jetzt brauchen? Alten Server, hast du den Link? Ja Ja Sicher? Schick ihm den nochmal neu, so wie er gerade Ja gesagt hat Äh, doch, doch, das habe ich schon Das habe ich schon Macekul, vielen Dank für dein Re-Abo, glaube ich Ich meine, deinen Namen habe ich schon mal irgendwo gesehen Jön Schau im TS Den Server Link habe ich, das ist kein Problem Ich glaube, da müssen wir nochmal schnell überschieben Ich hoffe, das klappt und ich versau das nicht noch mehr Oder? Oh PJ, mit einem gesunden Maß mit einem gesunden Maß läuft das Ist doch Kacke Danke dir So, bitte, gerne Glaubt, hier muss ich auch nochmal Oh, wir haben wieder hell, Mensch Oh, ist wieder hell, danke, Florian Wolle ich hier ausmachen Äh, minus 13, ne? Letztens Minus 13 Wenn du noch weitermachen wolltest Ja Ach ja, minus 13 Ja, ja Die Jungs Das kommt daher Äh, ich kann mir doch nie merken, in welcher Spur ich gewesen bin Also sag ich das einfach im TS einmal laut und dann weiß es jeder, außer ich Welche Spur war ich noch? Minus 13 Jo, da geht Das ist mein Oh X Viel Spaß beim Kartfahren Ja, viel Spaß beim Kartfahren Arun, moin Eieiei Alter, Leute, jetzt habe ich es richtig versaut Ich glaube, das Schild mal lieber wieder zusammen Oh, nee Ah, das kriege ich noch glatt Wenn ihr langsam genug seid, kriege ich das wieder glatt Ja, wir kommen gerade mit zwei Ladungen hintereinander, ne? Oh Das wird schon, Jungs Ich habe einen normalen Laptop LS70, was ist denn ein normaler Laptop? Die Aussage ist auch gut Immer auf die Leistung vom Laptop an und in welcher Qualität du das spielen willst Oh, das ist jetzt hier so eine klugscheiße Antwort, Alter Ich kriege das Kotzen Was kann ich dafür, wenn du den Laptop nicht auskennst? Unfassbar Also ich sage mal, Laptop ohne eigenständige Grafikkarte brauchst du gar nicht probieren Richtig, Rainer Einmal mit Profis Und Silo schienen konnte ich noch nie Das ist, aber das ist hinlänglich bekannt bei uns Das kann ich einfach nicht Aber du weißt ja, wer alles kann, ist auch ein Vorschein Nicht möglich Alias, you set this command to be off, mitspielen, does not exist Ja, Nightbot Quasi Quasi Quasi? Du brauchst du eine Auszeit, wir können dir da helfen Oh, Stefan kommt Stefan, bitte mit ich Mit 10 kmh einmal rüber Ah, genau Anweisung Aufmachen muss ich auch noch hin, ne? Ja, aufmachen musst du auch Das hilft meistens, ja Ich frage mal Du kannst auch seitlich umkippen, das geht auch Nein, bitte nicht Es ist aber verwirrt Wann nicht Stefan, das sieht gut aus Bis auf King Jo, alles bestens Und schon leer Nee Richtig Auch ein herzliches Moin So, wohin? Links, rechts, mittel? Äh, du musst rechts Ich muss rechts Auch 10 kmh 10 kmh Und aufmachen Und aufmachen Bitte Jo Das kleine 1x1 des Siloabkippens Hier wird dir nicht immer alles erzählt Manche einer ist halt Geheimnisträger beim Silofahren, Stefan Da muss ich dran gewinnen Seit September 16 Okay Achso, auf R Ich dachte auf B Das war aber nicht sehr gleichmäßig, er wäre ich Ja, hier, was ist denn los? Oh, nee Den kmh, ich habe vielleicht ein bisschen spät angefangen abzudübeln hier, aber Das musst du ja richten, du bist der Schieber Ja, ruhig dich Und dann noch so ein Kackhaufen da am Ende, weißt du Ey, das ist ein Typ, der Berg Ich habe ja noch mit mir selber zu tun Das weißt du doch Endlich kommt von euch auch mal was Ausrufezeichen Wir haben Real-Life-Videos gemacht Und es sind zwar nur drei Minuten Aber du glaubst gar nicht, wie lange man dafür unterwegs sein kann Drei Minuten zusammen zu kriegen Äh, dass wir hier gar nichts machen Stimmt ja einfach nicht, ne Henrik, moin Weil, bei so einem geilen Wetter Heute haben wir gesagt Jo, wir finden sonst keinen anderen Termin mit Herrn Berg Machen wir Also meine Schuld Nein Alles gut Wollte ich damit nicht sagen Doch, es ist seine Schuld Äh Sag ich doch Sag ich doch Ich stehe dazu Ich stehe dazu Aber Bei dem schönen Wetter kann man auch mal draußen Real-Life-Videos machen Oder ist das Ist das nix Also wir finden schon Weil die echte Landwirtschaft Ohne die echte Landwirtschaft Würde es das Spiel hier gar nicht geben Und du hättest nix zu essen Also muss man das auch mal ein bisschen würdigen, finde ich Und daher Davon auch noch mehr kommt Dieses Jahr Oh ja Felix, moin Ey, was fehlt mir doch immer noch Das glaube ich doch gar nicht Ich gehe raus, Früchte pflücken Wohne Bauernhof Geil, Kev Wünsche ich dir einen entspannten Tag Und bis zum nächsten Mal Warum kein Komplettpaket? Ne, das habe ich einmal gemacht Da bin ich mit auf die Nase gefallen Eieiei So oft Aber lass mich wieder als gepackt erkennt Ja, danke F50 Ist das nix, das ist auch was Natürlich ist das was Achso, jetzt ist das Wir werden auch Hat die Frau sich überlegt Wäre ja cool, wenn man da auch so Vlogs von macht Direkt vom Schlepper irgendwo vielleicht Mal gucken Was der Buons dazu meint Da wird auf jeden Fall noch mehr kommen Bitte? Das ist begleifig, wenn vom Schlepper Ja, das kann auch passieren Ja, da mal was Jo, ich meine endlich Kommt von euch auch mal wieder LS17 Jo Ja, du Dafür muss auch Zeit sein Wir haben ja alle noch ein bisschen mehr zu tun Als nur den ganzen Tag LS17 zu zocken Also Moment mal Jetzt muss ich ja mal einschreiten In meinem Vertrag Der Community Vertrag Sagt da ganz was anderes Das stimmt allerdings Das ist dein Vertrag Den Vertrag, den ich bei der Frau abgeschlossen hab Der sagt noch was anderes Darf ich join? Ich wär soweit Oh, mach mal Achtung, ich joine Achtung, Achtung Oh, alle festhalten Dass der Farmer soweit ist Glaube ich auch nicht Das freut dich vielleicht über Das Dingste Ein richtiges Passwort Hab ich dir geschickt, List? Ja, hat er nicht geguckt Steckdosenzocker, da hast du recht Oh, blick Haben wir jetzt hier gerade Gras-Silage Und anschließend hexeln wir noch zwei Schläge Mais runter Alles klar Ja, ja Ja, ist ja noch Ich hab ja auch nix gesagt Ich hab alles Ich bin soweit Ich bin soweit Das ist ja in Ordnung Nix hat er wieder, nix Gar nix Hier hackt wieder auf den Rom Steckdosenzocker, geile Geschichte So ein 724-SCR Vario-Profi Kann man nehmen, ne? Kann man gerne haben Patrick Moinsen Ihn vergessen? Äh, Beta Kevin Discord hat keine Nummern Über Discord meldet man sich über den Link an Ach, Discord ist das, was ich nicht begreife, ne? Ja, genau Das ist, wo du... Achtung, jetzt join' ich aber Oh, jetzt unity woah Oh oh Oh, oh oh Mach so weiter, Hepairch Dann geht gleich ab Was ist denn los? der nächste der kommt bitte auch wieder 10 km h mittig über silo spencer moin patrick auch uns geht super wir können uns nicht beklagen wollen wir noch mal den dampf mod mit rein schmeißen hier im dampf mod patrick schlag ich danke dir für das abo schön dass du dabei bist sehr nice welcome to the club kurz hier mal handy checken cyber monkeys cyber monkeys für dich haben wir die schubkarre die 60 der ist leider noch in der werkstatt jetzt noch so ein 87 37 dann hüpfe ich jetzt da rein so du bist gestern mit o und k l 25 serie b gefahren ja geil ist doch ein radlader oder würde ich jetzt auch behaupten ja und kornstein und koppel dann kannst du dir einen anhänger schnappen oder fangen wir schon mal an zu häckseln ich bin nämlich auch soweit 22 kann ich vorher gleich noch pp machen oder seid ihr schon so nervös ich bin so nervös hat der fahrer dir keine bodel geschickt oder was hast du wieder keine gekriegt hat der boss wurde wieder ausgesoffen nur ich habe extra eine losgeschickt für heute anzeige ist wie du hast keine rundballenpresse für dampf kann einem erst mal nichts passieren das mod und meine presse lukas lukas feuchtel fragt wie lange der stream geht möchte ihm jemand diese frage beantworten du kannst du noch nicht mehr bock haben ja also in der regel bis irgendeiner sagt nur ist schluss ja tschüss meistens kommt denn noch so ein abschließend zeremonierlich da genau da ist dann meistens zeit denn sich gedanken zu machen ja abschließend führen wir alle nochmal den regentanz gemeinsam auf und dann bist du jetzt mittel 10 oder genau mittel 7 den bei kio die v2 ist die aktuelle version henrik 19 ladewagen haben ja ja ich fahr zum händler ich dachte ich hole mir da ein ich höre ich fahr mal da komme ich da noch an lang ach wo am meisten sind beschleunigen hast du einen gekauft oder welchen bis zu haben gib mir mal den strautmann da und ein schönes frontgelegen klapp mal wieder mein schild auf hier für den mf dann muss ich lieber schnell weg ja besser ist dann haben wir hier nicht drin da fährt doch oder wird was von black dragon was ist das für eine walze und dann die aus dem standardspiel und ja ich weiß die geht nicht für silage ja natürlich ladewagen wir können bergmann haben unterwegs mal einen schwung haben großen mf dabei da ist schon schwung genug und mit so viel ps kannst du doch wieder gar nicht umgehen junge das muss ja keiner erzählen aber ich probier's heute mal ich kaufe mir jetzt selber was ich mach das schon selbst mach das mal selber ja wie immer unsere mädchen hier ich ja immer erholen muss in dieser gruppe dass die schaden steht wieder voll scheiße es tut mir leid liebe Zuschauer aber ich muss hier mal ein paar leute aus dem terz beseitigen ich habe dieses böse wort allrounder gehört ich habe nicht angefangen aber du fühlst dich angesprochen das reicht so einfach wir können das ja machen kannst du auch dein pc verlinken weiß nicht warum das so wichtig ist ich kann dir sagen ich habe 16 gigabyte arbeitsspeicher hatten was hat der arbeitsspeicher so für eine taktung weiß ich doch nicht ich bin froh dass ich ein startknopf gefunden hat man es sind so die details ja mich interessiert das herzlich wenig alles 17 läuft stream kann ich dabei auch alles ist super es ist ein 8 kerner seid ihr sonst komme ich nicht so dicht an ich habe eine gtx 69 das ist erst mal hier hinten war zu ende zu fahren dann fahre ich nämlich einmal übergewirkt ein paar devise nö 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 anweisung ich bin verwirrt kannst du mach mal mit ich ich komme jetzt mit dem ladewagen zum hänger 23 hoffentlich finde ich das steck gegen die kam habe ich das kann 11 12 das ist denn der neue spieler für ein jammerlappen ja weiß er auch nicht stefan wie du das machst ich bin stark beeindruckt ich bin einfach nur begeistert wie du das so machst stefan ja du mit dem farmer es ist schwierig es ist kompliziert oder wie war der facebook status noch in einer beziehung mit dem farmer und das ist kompliziert ganz toller typ lustiges kerlchen hier so lange ist er noch nicht dabei ich glaube der ist als letztes ins team gekommen jetzt sagt er will ich bin wieder das letzte immer dasselbe du willst auch nur das verstehen was du stehe weiter hier im gaming pc ist ein display wo drauf steht a oder so und daneben sind zwei knöpfe mit start und reset was kann das sein bitte um hilfe wenn du dir so ein pc kaufst dann musst du doch wissen was da keine ahnung das kann ja sonst was sein ja er weiß ich dass ich diesen knopf löst ja perfekt auch was anderes heißen aber ich habe diese uhr das kann auch passieren im starken ob da mal seid ihr jetzt auf der heute auf der 23 22 anfangen wo seid ihr jetzt entgangen 1 22 22 haben wir vorhin gesagt habt ihr mods drinnen ja las haben wir ich sehe die beiden auf der 22 rumpoben ab spencer und las danke für eure abos schön dass ihr dabei sei ja zum fünften mal 22 warum sagt man ja 22 ich finde das silo ist schön glatt also es geht es gibt menschen die können das besser aber für mich reicht also ich bin beeindruckt dass ich hier fortgeschritten bin und freiwillig auf silo gegangen bin das habe ich noch nie gemacht vor allem nicht gestreamt das kann sich eigentlich keiner mit angucken der fahrer ist ein lieber gastgeber ja das stimmt richtig cool nach schlechting hat er uns direkt eingeladen der farmer unser jammerlappen und haben wir schön bei ihm im garten gegrillt richtig gealter rechts bitte voll oder wie geht man ja war richtig cooler tag noch mal ein gewicht wieder einsammeln krieg das ja eigentlich noch auf 100 prozent verdichtet wird das funktioniert wenigstens mein gewicht verlieren ist ja nicht schlecht aber das kann man auch sagen ich habe eine super geht auf einmal verloren mit hamper ich will das auch so langsam mit dem abkippen ja es geht jetzt geht sogar langsam berg auf mit ihm ja ich werde ich auf und jetzt kann ich das sehr gut ich habe kein tutorial geguckt ich musste einfach nur üben das sieht man ja ich kann es immer noch nicht aber das weiß ja kann ich muss mich jetzt jetzt muss ich mich schon erklären warum ich einige leute zu moderatoren mache wie das mache ich einfach so wie ich lustig bin vorjahr in 12 oder was hast du ja dann können wir ja da ja jetzt beide streams ansehen warum bin ich kein moderator bei dir warum bin ich keiner bei dir bist du bin ich was 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 ne ich bist du nicht das geht ja gar nicht das müssen wir mal hier auf der to-do liste ne berg vom ps ja ich habe genickt der lockeren finger hat er ist über welche jungs so soll das sein macht heute kann ich jetzt schon sagen auf jeden fall wieder richtig laune ist so ich gewöhne mich langsam dran ein ist geil jungen ja 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 der bär kommt einfach mit dem gegenwind ich glaube auch das hat er bei sich nicht da drüben wenn er seine let's plays macht das redet keiner ne ein computer ne er sagt nix ja ja noch eher so ein einzelgänger muss ich sagen ja ich glaube ich das ist nicht ganz so kritik wie ich aber das behalten wir bevor und die die sieg wird gleich geblockt und gewandt ja mach mal kannst du gerne ich bin auch schon mal gespannt matthias mit ich bitte auch wieder hinten mit komplett drüber wie setzt man das hat sogar wenn du check hast dann musst du f12 drücken und dann geht das x-fighter neunsen die fällige sein müssen eines nicht hetterigen besitzers ja peter ne so kommst f12 kollege f12 war heute ganz schön viel außenansicht fällt mir gerade selber auf ja tschuldigung es hat aber noch keiner noch keiner gemeckert kannst du innen an sich fahren kannst außen bitte hört auf das hättest du jetzt nicht sagen dürfen wieso ist denn der offen sag mal du hast recht dankeschön wo sie schon nicht hosenstall green screen der hund hat sich dadurch geschlechen und keiner sagt was und keiner sagt was der hund hat doch der hund hat doch seinen platz hier unter meinem tisch einen von seinen vielen ich hoffe jetzt ist der green screen wieder dicht dankeschön dafür auf jeden fall ja sieht gut aus sehr gut hashtag silo babo u alex moin erst mal abo jungen ich glaube nicht aber saverio moin was schon ein paar mal geschrieben schuldigung habe ich nicht ich bin von normen aber trotzdem noch mal dankeschön dafür ich fahr ja kilometer weiter über ein schwatt und vergesst die das pick-up runter zu machen einmal mit profis ja zum drehen oben lang ist kürzer wo ich runter gekommen bin wo ich raus gekommen bin hessengaming moin einmal mit profis super absolut na ja immer diese hobby traktor ist so jetzt aber runter und dann klappt das hier auch mit dem schwatt läuft geht jetzt bei dir sonst musst du mich rein switchen lassen helfe ich dir dass sie mich im pick-up runter muss ja also wir helfen dir gerne herberg nicht klappt danke danke lassen doch die pick-up runter vielleicht die die du gerade fährst ich weiß die die sichtweite ist nicht so hoch dass ich dich da hinten sehen würde ja ich bin jetzt gerade hinten an der bga und richtung bga gefahren ganz links ganz leh okay dann begegnen wir uns nicht möchte der nächste der hier auf silo fährt noch mal testen ob wir noch links abkippen können das hätte richtig style hier dass man mit dem übernächsten das ist es erst mal was war mal jungs hier stefan und herrberg wie lange wollt ihr da oben noch umspielen die leber umruf ja genau also ehrlich ehrlich über den berg lachen und selber ein pick-up unten lassen farmer fährst du bitte ziemlich weit links mache ich mache ich 10 km h sagst du 10 km h linke seite also dass wir doch den selben schwatt einsammeln du bist auf dem zweiten drück ich dich müsste passen jetzt mal eine frage zum verständnis steuerung oder steuerung und 10 km h bitte und nicht so eine haufen 10 km h und nicht drei machst du dich jetzt schild wieder ausklappen der nächste bitte dann auch direkt links hin zu ende fahren nicht so quer darüber herrlich ich glaube komischerweise jetzt wo mehr drin ist können wir ganz links auch nutzen also der nächste der dann auch wieder kommt auch wieder links aber ab mitte 7 km h jedoch jedoch am ende war es auch wieder nicht richtig das ist immer so und das ist immer so so melanie moin die Prozent vierte glaube ich ja er dann im neuen das ist die melanie melanie hallo melanie aber noch besser als sarah stil kraft aufmerksamkeitsprobleme wird die gefragten sattel zu viel er ist nicht ja jetzt drückt er jetzt hat er gedrückt man 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 einmal mit profis aber s punkt d punkt was ist das für ein headset das ist das g430 manny moin wir haben frisch im hals das tut mir leid das ist unfassbar ich spuck ihn aus schnell ja ich brauche wieder was zu trinken außer dass du erstmal was zu trinken wegbringen alter ja mach mal doch gleich gleich was läuft hat er schon wieder seine trainer man vergessen hm hab ihm das letzte mal schon gesagt reich ihm doch mal da ein beutel rüber fahren wir ja genau er kann schluck er kann weiter weiter nicht stehen bleiben ja warum er will 19 s punkt d punkt kann nicht fahren wieso hier läuft doch alles das sieht doch super aus oder was oder meinst du den der hier abgekippt hat hm der hat das auch super gemacht das ist ein one man raid ist aber auch immer so egal wir verstehen uns erik moin das silo ist gar nicht so unglad ich finde das geht echt geht durch kein wunder wenn die leute alle raufgucken und so einen wellenförmigen blick haben können wir auch nichts erfüllen so kann man das sagen ja oh hier der kommt das ganz toll muss man mal sagen ja danke 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 sehr sehr stolz genau herzher links herzher für mich selber das ist also fast so erstaunlich wie das rückwärtsfahren für uschi ja fast herrlich aber da kommen wir nach 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 dreiwöchiger pause stream pause quasi kommen wir wieder und haben hier aktuell 45 zuschauer leute dickes lob an euch richtig geil finde ich richtig richtig cool und das bei so geilem wetter da merkt man wer hinter einem steht und wer nicht auch wenn man mal länger nicht da ist richtig cool von euch hätten wir nicht mit gerechnet bei euch zugucken kann was nix nix ist schon okay ist notiert für dich der ist notiert rechts bitte matthias was der war notiert der war gut sehr gut ja ja weil ich habe ja auch schon der abonniert und so weiter kann man so lange nix ja 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 da gab es mehrere von ja die platte läuft im hintergrund mit das ist dir klar ja mach mal ruhig weiter so nur ls das andere interessiert mich matthias glatte eins alle mal herzchen für matthias im chat der kippt hier den das ist eine spur leute da brauchst du gar nicht mehr verdächtn so glatt ist da wird er mir schiebt das sagt hat er wieder in den schuh gezogen hat er wieder eine line gezogen da hast du recht stecklosensocker warte mal schon rein in die reihe ich komme ich komme nach wb rasmus hier mit dem egon hab ich keinen platt gefahren hilft ja nix komm mit dem außen rum der reifen der wird akku in den asfalt gebraucht ja ein bisschen die loge muss sein sonn ist die welt voll sonnenschein und wenn du denkst du bist ganz allein komm bei nordwest gaming rein alter wa lol jungen lass uns einen song aufnehmen lass uns einen song aufnehmen oh ja wir machen wir machen das sag ich jetzt lieber nicht das sag ich jetzt lieber nicht kvd wb ne du bist jetzt ruhig ok wo ist die läuft links oder wat äh links bin ich schwoll wer verdichtet hier da ist ein loch alter tobias du weißt doch wenn das in der stream beschreibung steht dann ja ansonsten nein die beschreibung nicht gelesen war komm mal herr bärch jo wir sind in schwatt reihe bis zu ende gefahren weißt du doch bist doch nicht erst seit gestern hier aber jonas und nico moin gib gas ich hab mir das da nochmal angeguckt aber du hast das dein blick mit dem herr bärch ne grüß ihn doch selber rasmus eskaliert grad ein bisschen eskaliert grad ein bisschen aber du weißt ja wo die kickofftaste ist ne wenn der das nicht hink ach der bärch hat hier vorne schon naja ich mach das schon sein hinter der einwand ach ne ach ne du himmel lecky will das mal aus ja hab ich gemacht ja super ach zack akkurat hab ich da abgekippt ja hast du gut gemacht lecky und heute morgen hast du uns noch erzählt das ist so ein guter der hat das richtig drauf ja sorry ja können wir dann nachher nochmal drüber sprechen dass er das sagen soll ja hast du bezahlt ne ja ja hast du bezahlt ne ja ja das hab ich mir auch gedacht die jonas was macht ihr ja äh es sieht nach silage aus im moment sind die jungs oder die waren noch dabei mit dem ladewagen erstmals gras rein zu holen jetzt sind sie schon am mais häckseln ich verdichte hier glaube ich das erste mal im stream vernünftig ich was da links ein riesiges das macht er schon wirklich gut ja das ist ja da gibt's gar nicht ja wir müssen ihn ja aufbauen ja das machst du gut das machst du gut da muss auch mal ein paar fleißpunkte für blacky dann sein also das meint ihr schon mal gibt ein bienchen stelle alle seid ihr laberbanken ey der pc spieler auch dir wünsche ich einen schönen sonntag jetzt macht er wieder einen auf ablenkung ne ja ja genau normalerweise schaust du keine live streams aber dieser ist echt unterhaltsam und cool ja das freut uns natürlich sehr geil ja in der mitte fahren kriegst du ja nicht auf dem kreis deswegen muss ich ja links oder rechts und bitte erst ab der hälfte dass wir hier hinten mal voll kriegen ja auch noch so oder was darf ich jetzt darf ich ist das die mitte für mich ja für mich ist das jetzt hier die mitte so seh zu dass du an nager kommst hier jo meister mach ich mach ich mach ich meister so elbi moinzen haben wir hier noch was oder was jo haben wir noch jo zwei lines noch wa zwei lines noch uah wo gibt's lines ich auch weiss nicht genug die gönnen wir uns hier zu zweit ach so sehr gut solche seid ihr also solche seid ihr also da müssen wir für den farmer ja mal eine dienstaufsichtsbeschwerde einleiten hier moment keine privaten details ja oh wie ich das gemacht habe habt ihr das gesehen jungs jetzt klappen wir das schild lieber wieder schnell zusammen weil sonst geht das in die hose ja ja um lang stopp 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 bin durch ich seh dich doch mensch beruhig dich weißt du ja nur ne nicht dass hier deine graue star augen gegangen war zwar knapp aber grauer star augen leute farmer dich grüßt jemand hast du den stream nicht bei nebenbei laufen sommer habe ich aber ich bin so konzentriert beim fahren rasmus ich muss ja ein bisschen auf dass ich nicht schon wieder irgendwelche mobbing punkte sammeln und dann konzentriert mich auch mal aufs fahren du bist ein kasper junge ja rasmus er grüßt sich zurück das ganze nordwesten rasmus wir stehen alle hinter dir wenn du nach vorne fällst so sieht's aus alter wie du das gemacht hast hashtag lese ich nicht vor ne was ist denn hashtag lese ich nicht vor ne das ist gut so das ist du bist noch minderjährig das dürfen wir dir nicht sagen richtig ich jetzt ja warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal hab ich schon was verpasst ja ich hab dich auch lieb rasmus ist schon okay ich muss mich aufs fahren konzentrieren sonst meckert lecky mit mir nein der meckert ne ich kriege wieder anschiss dass ich mir die hälfte daneben fallen lasse nein fahr mal beruhig dich mach einfach deinen turnen weiter viel kommt da ja nicht bei rum siehste siehste ich hab's doch gesagt du kannst dann demnächst wieder grillen und dann kannst du das wieder alles weg machen ja genau dann kann ich das wieder ausbauen du kannst alles wieder gut machen dann bringt der den berg mal mit links bitte da ich werde da nie eingeladen ich werde da nie eingeladen ich werde da nie eingeladen links links ab links ab mitte 7 kmh ja ich muss aber ein bisschen schneller da hoch wäre cool dass wir hinten ein bisschen mehr voll kriegen ja guck mal wie vorbild er fährt vorbildlich durch schwarz zu ende ich bin echt begeistert ja bringt der den berg mit bei mir berg fest das spiel rockelt bei mir was kann ich dagegen tun das das kommt drauf an ich würde erstmal meine shader charge ordner unter c programme hier nee gar nicht unter dokumente farming simulator 17 da wo auch der mod ordner drin ist gibt es einen ordner mit shader charge den einmal die ganzen errors raus löschen wenn das nicht hilft dann mal fehlerhafte mods aussortieren wenn das dann immer noch nicht hilft fenster pc raus schmeißen neukaufen affiliate link down below und für oder vielleicht mal die performance war darunter drehen nicht auf high spielen auch das kann möglich sein aber meistens liegt es ja an fehlerhaften mods ne ist ja ganz einfach so spielen ist generell eine schlechte idee von philipp würzinger auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist marios und kriegst du den schwarzen und kriegst du den schwarzen und jetzt nützt ja nix aber wir haben gedacht wir bringen wir bringen mal ein bisschen wir bringen mal ein bisschen farbe ins spiel hier mit rot deswegen den und gibt es glaube ich für ps4 doch gibt es für ps4 doch den ja redzocker ich danke dir fürs abo schön dass du dabei bist und kriegst du den schwarzen noch mit rein und was das weiß ich gar nicht wie viele hier sind stefan stefan hat berg matze florian 5 christians böse liebe für alle danke felix geben wir zurück ich habe gerade gedreht wo du mich das gefragt hast matze ja ja tu dir mal die ruhe ernt ist es möglich dass ihr von der anderen seite auf silo fahrt und dann von anfang an da abkett irgendwie funktioniert das so die wiese 1 haben wir auch leer das heißt wir gesellen uns dann jetzt zum äh maister zu das wär schön boah danke sehr freundlich bisschen entspannter hier Batspenzer heute leider nicht möglich das ist alles das passt schon guck mal da steht der Hexler für dich nur für dich ja aber florian steht mir viel zu viel da kostet alles geld ja mach nicht so ne hektik tu dir die Ruhe an heute ist sonntag was kann der map name steht im stream titel bei beiden sogar beim eierkauf genau und es ist nicht goldcrest valley und auch nicht so snuff gar wie viel ich für mein ganzes pc zeug ausgegeben habe und wenn ich mir das vor augen führe dann ähm muss ich glaube ich ja wahrscheinlich meinst du der kriegt welches mit ist er nicht verheiratet ok 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 berg erzähl weiter ich will nicht ins wort fahren entschuldige bitte zu spät zu spät hab ich mal wieder versaut ja hat nicht geklappt so wie immer tut mir leid Herr Berg ich weiß ich weiß noch nicht wie ich das wieder gut mache aber unfassbar aber weiß nicht also ich glaube allein für die peripherie hier also meine ganzen eingabegeräte habe ich mal guten tausend auf den tisch gelegt und dann hat der pc an sich nochmal ne und inzwischen glaube ich circa weiß ich nicht zwei oder zweieinhalb ist es garantiert er hat ja ein nasa rechner da stehen weil ich das für für neuwertig für 160 gefunden habe das rode nicht für 187 wie du das geschrieben hast also ich habe das auf der seite gefunden wo es 160 kostet neu er soll von der anderen seite ran fahren was macht der nächstes becky willst du doch von hier ich drehe uns eben um musst du wissen was machst du erzähl dir was von der anderen seite da ich war noch ein bisschen stefan123 auch dir danke fürs Abo Abo schön dass du dabei bist ich muss mich grad ein bisschen konzentrieren hier mit die scheiß silage schild er war rechts vor links warte mal und zieht voll durch Andreas mohn jetzt rückwärts reinlegen das sind wir die richtigen ja sorry ich musste hier gerade ein bisschen aufräumen der letzte der gekommen ist der hat hier ein bisschen scheiße gebaut wer war das hier wer war das du Andreas heute mit da war ein haufen und dann habe ich den zu weit geschoben scheiße ist hier heißt die seite was welche seite er schiebt hier stresse wo du das rode gefunden hast für 107 und ach so das müsste ich erstmal wieder raussuchen das kann ich dir jetzt nicht sagen 90% bitte links hier sind drei abfahrer fahr mal gib gas links jetzt links jetzt aber klaro links fahr rauf da jetzt man was machst du denn da man du musst den haufen da wegnehmen da komm ich so nicht rauf du sollst einlenken jetzt fahr mal runter jetzt gibt gas man 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 also ist das wenn man mit scheiße fährt das ist in ordnung bleibt der stehende das da junge das schafft nur einer stefan mitte ich bitte meine spur hier und der andere rechts bitte ich werde das glaube ich nicht das wird nicht nur gleich die berg mal überholen hier ja scheiße festgefahren an der mauer stefan wieder glatte eins ich bin einfach beeindruckt jonas wie geht es allen also mir geht es gut der rest ab matze kommt als nächstes ja ich muss mal dann kann der berg gleich links was sagt er das ganz schön matze ehrlich so jetzt hat der berg dreimal zugucken können vielleicht klappt das jetzt auch mit ihm noch hat noch kriegen wir aber irgendwie nicht zu er macht das schon herberg da ist er wieder wenn sie mir so der war weg das hat er ja gar nicht gehört was wir über ihn gelästert haben du musst wenn du von da kommt bitte links links wie sieht denn aus hier das sieht gut aus wo ich dich mal wenn du das nächste mal kommst ist alles vergessen hast du so ja wenn du jetzt vernünftig abgibt ich versuch das such mal wenn er auch mal abgeben würde hier ja oder even 19 das sieht sehr gut aus also hier die seite sieht ja schon akkurat aus und ja ist super das läuft das läuft das läuft was ist das für ein roter schlepper den ich für die feld auffahrt erberg hast du abonniert ja ich auch der optum ist das nicht was für ein sitz das ist hier so eine dx racer ist bequem und jonas martin auch biert danke fürs abo schön dass du dabei bist das ist und machen wir noch eine dritte runde und dann fangen wir an war ja war ordentlich zu arbeiten und da hat man ja richtig was jetzt seid ihr auch genau mal bitte abfahren moment muss ich jemand silo in griff kriegen so kann man das nicht übergeben warum kam so lange nicht von uns das stimmt ja so nicht von uns kamen videos ich wir haben wir jetzt schon im silo weiß ich habe ich gerade gar nicht geschaut wir haben im silo 1,3 8 millionen kann der farmer mal seinen namen ändern ist ja peinlich für jeden landwirt das ist ein jodier genau rasmus das ist das ist der case opto pussy ja mal lieber nix dazu ne besser mal lieber nix wie viel haben wir hier aber ich habe ein glück komme ich mit dem verdichten hinterher wenigstens ein licht blick immerhin also ich glaube das eine mal wo ihr jetzt von der seite rüber gefahren seid hat auch gereicht ihr könnt wieder von anderen rüberfahren 97 98 99 100 sich catcher moinsen auch schön ich hier wieder zu sehen also ich meine ls 17 videos ja es war sommer wenn 20 grad draußen sind ist das immer ein bisschen schwierig dann wenn du einen erfolgreichen arbeitstag oder so hinter dir hast dann nicht die sonne zu genießen habt ihr ja auch auf facebook gesehen da sind wir lieber noch mal rumgefahren ein bisschen video material gesammelt für die real life videos ja immer auf mal eine farmerin zum bomben sven nein das ist schon super typ der farmer passt ja auch voll und ganz rein der hat nämlich auch genauso eine andere waffe wie wir das stimmt nicht ich weiß nicht was du meinst also ihr grund hier alle hinter dem hexer her okay ich verstehe ich werde mit gondeln die bis hause ist mal gucken hier wo man hat 123 himmelreich die dir vielen vielen dank für den abo und herzlich willkommen am stammtisch lolo lp auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist ganz vergessen lulu lukas nein das ist ls nicht bundesliga ach so jetzt wo du sagst mensch ich sprach ja nur oder bin ich im zweiten spiel wir hatten ja bundesliga manager ich weiß das nicht genau da muss man es einer sagen muss aber ich bin mir nicht gerade fifa nicht fifa schieb den ball wo man ja akkurat wie wir den acker verdichten zu dritten nebeneinander das läuft doch gut macht ihr das so du wollt ja von der anderen Seite ne andersrum wollten wir ne Herr Blegi ja und vernünftig mit vorwärts fahren keine haufen abkippen und so weiter und so fort ich lasse dich mal ganz kurz ohne aufsicht und gehe mal schnell für kleine nacht elf euro käsen ok mach mal ich scheiße bauen er kriegt sich mit genau einfach alles auf einen großen haufen kippen ganz einfach auf einen großen haufen das gefluche stelle ich mir lustig vor lieber nicht lieber nicht höre ich mir denn noch die nächste woche an ich bin so stefan fritz kohler geht immer ganz gut runter weiter das wird ne glatte 1 was ich hier längst zieht ne glatte 1 sag ich ja dass der chef sieht woher woher zwischendurch alter junge junge mit auge muss auch mal gemobbt werden wird ständig gemobbt in dieser truppe Prozent jetzt nirgendwo gegen Baum fahren ne stefan weh doch so ne neuer Quotenopfer äh Mobbingopfer oder so irgendwas war da Fördergeldgeber genau für die Fördergelder so war das die kriegen die haben für mich bei der EU Fördergelder beantragt ist das so ja ist so Mensch ja seid ihr bei 10 km h oder was der Farmer hat sogar einen eigenen Kopf durch den Topf jo ja ja hättest nicht hier abbiegen können hättest hier oh man du ey was denn was denn los entspann dich Junge entspann dich was mit meinen Haaren oder warum hab ich ne Kappe auf jo hehehe weil ich heute keinen Bock hatte man wo du die Frage hehehe er hat nur ne Kappe auf weil er leckige Gesichtmaske nicht gefunden hat ja genau hehehe ja ohne ok 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 ja Tobias Fritz Kohler muss immer am Start sein Reggie wohin? Kannst du schon mal Gedanken machen? er geht nicht da äh äh ich bin wieder da äh ich weiß nicht so genau er hat gesagt ganz vorne hin ein großer Haufen Heemann ist da ich zieh euch gleich mal ein paar hehehe der war links aber eigentlich solltest du doch schon von einer anderen Seite hast du nicht zugehört ne mhm naja dafür verteilt so gut also rechts äh dann Abfahrer kann nicht fahren Farmer meine ich ok ja das wissen wir aber danke nochmal für den Hinweis das ist schon ok aber aber gut dass du Blacky nochmal drauf hinweist ja sehr gut Moment nicht dass das verpasst wird ne ja ja ähm wir haben dich schon verstanden du brauchst das nicht wiederholen aber ok richtig so dann machen wir gleich weiter Farmer meinst du ja 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 ich hab dir da eine kleine 1 auf den Berg gelegt mein lieber ja sauber ja Jonas begriffen dass du Farmer meinst danke ich hoffe bei dir auch einmal mit seit eh und je d d d danke Stefan bitte Herr Blacky ja so ich werd mal wieder yes jeben hier yes jeben yes je bin jib yip 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 iip yip yip ja die schlupfregelung ist aus jip 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 yip jip yip yip jip Owen Er fährt hier gleich um die Kurve Wirklich da rein n du n ne bei uns geht das alles wortlos hätte ich brauche keine ansorge kann mich er war stets bemüht du ich bin bei uns auch immer stets bemüht wenn ich viel gebracht habe ich festgestellt dumm geboren nichts gelernt hätte vergessen das ist dein namen erinnern mit ich bitte matze leon 9 was mich wieder überlegen außerdem hat er eine gefederte kabine nichts mit als wenn das an der kabine liegt dass ich nichts ich wollte ja nicht sagen aber einschläge wenn sein kopf gegen die kabinendecke knallt bei den ganzen schlachtlöchern irgendwann merkst du das halt nicht mehr das ist die gönnstedt v2 nicht unsere wolfsmoor natürlich die angst hatte dass ich mir weh tue das wird was mache ich fahr gleich in den ersten pfeiler das ist doch gut aus war ja das solltest du mal angucken mann 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 so einer kontrolle hier ja weiß ich doch da bin ich aber froh es gibt ja auch richtig viel oder ja 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 also es ist endlich hat mein leben wieder einen sinn zum ende durchfahren können ja das ist eine feld ausfahrt dann machen wir mal gps kurs war ja ich ja fahr doch mal los ich fahr hinter dir an ich baue dir ein gps kurs und dann fahr ich hinter dir ran wenn du dich hörst dann muss ich so mit dir reden mach mal wie du möchtest ich weiß ja nicht wie du möchtest ich verfolge dich einfach gast florian baue dir ein gps kurs und dann geht es los aber dann müsstest du in der mitte durchstecken beim gps kurs ja ich fahr jetzt hier gerade hoch also muss hinter dir hinter ran ich fahr hinter dir hinter ran aber ich dachte du wolltest anders fahren hast das jetzt hast du es gut ich kann ja habt auch also heute heute hier so ein bisschen silo verteilen macht auch bock muss ich echt mal zugeben gegen euch hier gegen anzustinken festfahren ist zwar nur vorwärts rückwärts aber ach du scheiße man sieht so richtig erfolge du hast du hast verloren nein stefan war das die r-taste habe ich nicht gedrückt dankeschön racing team an gedanken ja heute habe ich gedacht mache ich einfach mal wieder von der anderen seite oder was hast du ja wo man und dann von vorne gleich anfang zehn km h rechte seite racing team oberwiese da muss ich recht geben das stimmt das macht da wirklich gut heute das muss man ja alter schleime 50 punkte so schnell nicht weg ja ja rechts weil ich sagen er macht das sehr gut dass wir zu viel des lobes das kann ich nicht mehr versauen das ist zu gut geworden doch 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 ich glaube ich kann es noch versauen ich will nur kurz den kurs klauen also hierher berg lernt auch dazu ehrlich vollzeit mongro alter ja 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 habe ich noch ist ja lernfähig der keller floren rechts oder links rum links ok links felix monzen carsten auch also alle die sich wundern warum jetzt hier so viele leute brabbeln einfach mal unter dem video oder unter dem stream auf den link klicken dann land ihr im kanal von nordwest gaming da ruhig mal einen daumen und abo da lassen kann nicht schaden andersrum natürlich auch andere perspektive sind andersrum natürlich auch ich habe es aber leider nicht verlinkt aber den herrn berg kennt ihr ja alle sonst einfach mal bei youtube per berg oben in die suchleiste eingeben anklicken ist ihr bescheid weißt du bescheid schätze nein und denkbar immer auf die glocken glocken sind auch ganz wichtig richtig nicht nur bei youtube dabei sein sei noch angemerkt feedback ist uns wichtig dafür sind die däumchen da unten wenn es euch gefällt einen nach oben wenn es euch nicht gefällt auch einen nach unten wer cool das war bei beiden streams war doch richtig klasse das sehr richtig cool catcher ich wünsche dir und vielleicht sehen wir uns mal wieder bis dahin schönen sonntag noch wie viele fall da hat die denn ich kann dir mal die karte aufmachen kannst du mal sehen hast auch gleich die hektar zahlen mit so viele fall da hat die alter weil dann lass meine schmetterlingshandlung in ruhe alder falder alder falder es sind 29 23 23 23 22 felder von ganz klein bis 29,9 hektar und michael anträter auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist pascal 9 bei zwei stunden 28 minuten 23 24 24 25 26 26 sekunden super sehr gute catcher sehr ordentlich viel platz hat ja unendlich wollen wir wieder von der anderen seite blacky dann möchtest du ja schon lange eigentlich spencer mohen er kann jetzt auch mal wieder andersrum überlegt sehr gut normal ist beide perspektiven genießen das ist doch perfekt irgendwie fahr mal von der anderen seite doch das ist mein ernst das war aber ich dachte eben hast du gesagt von der anderen seite mal zu dieser seite jetzt ich fahr hin wo du das haben möchtest tamo wb merkst du wie das wortlos bei uns läuft ja passt doch andere seite ist ja immer ne äh ja ja des getrachtungsstandpunkts ne ja ja genau und der kann sich nun mal ändern und mit der linke seite für dich ja natürlich du bist schon voll ja mei ja mei Herrberg dann komm doch wenn du voll bist ich bin auch da ja schön das muss auch so sein ne 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 oha der Farmer oha der kippt das Ding nur auf dem Silo oben da nein kein Stück kein Stück das war einbeutige Winkel berechnen ja ja da du beim rechnen in der Schule immer gefehlt hast ne mit deinem Winkelschläufer du Yannick Fett Moinsen nochmal aber schön dass du zurück bist anscheinend André du warst bei beiden Streams Daumen Nummer 77 ja herzlichen Glückwunsch sehr geil da habt ihr eigentlich alle dieses ich bin Daumen Nummer irgendwas her das kann ich auch nicht begreifen wer hat sonst scheiße angefangen Boah das ist ja eine glatte Einswicht dahin gekippt hab du meine Herren mitten in die Löwe ja nun komm geh in die Ecke und dann ist vielleicht regnet es jetzt bei dir möglich eigentlich soll es ja nicht regnen aber möglich ist es ja aber hoffentlich nicht aber hoffentlich nicht weißt du das eigentlich was hier steht oh warum wir kommen zurück na erstmal einen Keks Junge geile Nummer erstmal einen Keks nimm mal erstmal einen Keks ja und schön oben den Schokodeckel abkauen ach Leon ja siehste macht ihr nur Mais oder noch was anderes wir machen in der Regel machen wir eigentlich alles aber wir haben letztes Mal ja wir haben beim letzten Mal ja den Kindergarten freigelassen nein beim letzten Mal haben wir da Getreide gemacht und jetzt wir bauen uns hier was auf quasi mit dem Handbag streamen wir ja nicht so oft zusammen aber wenn dann haben wir uns die Karte Göttenstedt ausgesucht da machen wir zusammen was drauf vielleicht kaufen wir beim nächsten Mal Kühe und dafür bereiten wir jetzt schon mal das Futter vor und dann kann das weitergehen alles was anliegt normalerweise also das kann beim nächsten Mal auch Stellung sein oder Flügen oder ich komm ich komm ich komm ich komm oder sonst was 27 0402 wohin Meister Tim ja wie gesagt mitspielen ist heute eher so ein bisschen geschlossene Gesellschaft nicht wahr Stefan bitte von dir aus links und vorne bis zur Hälfte abkippen also 7 kmh nehme ich an also hier vorne wo ich jetzt bin ja Dominik Sepp auch dir danke fürs Abo oh schön dass du dabei bist ich hab mich festgefahren aber ich bin wieder frei weil ich auch ich bin auch einfach bin ich nun alles kurbel liebe ich glaub der Häcksler ist nano beschichtet oder wackelte Optum auch so vor Anhängern bei euch ich denk doch an dich keine Ahnung so lange haben wir den Optum nicht deine Walze ist kaputt wie hast du das geschafft auf welcher taste ist eine Walze kaputt kriegen auf null auf null ach null oh tatsächlich sehr gut Stefan herrlich wir machen alles durcheinander ne schon ein bisschen mit System also ne da ist der Feldweg soweit es das zulässt das System machen wir mit System ja das was anliegt ne so wie auf unserem normalen Spielstand auch ja allein und Leon ich bin unerwünscht weil ich äh meist nur im Chat da war und äh mich mit ihm unterhalten habe aber nie mitgespielt habe dachte zumindest ist aber kein großes Thema ist halt so und fertig nsg moin danke Spider Felix Fahrer moinsen Döner Kopf Gamer Dennis moin dieser Name ne ja den kennst du auch ne ja den kenn ich auch da ist er nämlich schon Dennis moin du siehst du oh hier hinten hat der Stefan ja nun mach was hingeschmissen ja Leon ne also wie gesagt ist kein großes Thema es ist Haken dran fertig jeder wie er meint und dann ist alles bestens wer da ist 1 a jo ich bin drinnen hol mir keinen Sonnenbrand und man schwitzt nicht ne war alles super man lagern im Schlepper das Lager wo die Walze mit gehalten wird ist bis zur Nachbarn geflogen alter schweig nicht so schön Jack Daniels ich wünsch dir einen entspannten Sonntag und moin bitte mittig Hashtag Kurbelliebe das müsst ihr mir erklären mittig Herr Berg auf der ersten Hälfte abkippen oh mittig mit denen ich einfach mit Insidern ankommen jetzt würde ich es wissen Maximilian sehe ich zum ersten Mal dass man mit einer Walze auf dem Silo ist also ich habe das schon öfter gesehen im real life sogar das ist nichts ungewöhnliches im LS funktioniert sie nicht wie wir festgestellt haben aber macht ja auch durchaus Sinn wenn ich etwas verdichten will dass ich da für eine Walze nehme nein es wurde noch nie gesehen hat ja auch kein Gewicht ne ach quatsch nein 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 es sind ja Fehlern drin man fährt hier ja umsonst auch hin und her immer ja nur weil du nicht so arbeiten willst wie wir hier im Stress ne ja das stimmt deswegen fährst du immer nur rechts, links, vor, zurück ja ich finde ich sehe schon ganz schön gestresst aus vielleicht daher auch die verkifften Augen ja wie schön wer hat da gekifft ohne mir Bescheid zu sagen weißt du nicht es ist notiert es ist gleich notiert alles klar Tim ich wünsche dir einen entspannten und bis demnächst wir fahren Mais Tim nein das sind Zuckerrüben die sehen woanders aus könnte sein hochgeweißene Rüben ja und Dennis ne wie gesagt wir fahren gerade Mais Dennis wie gesagt wir fahren gerade Mais die Kurbel funktioniert bei meiner Alstern da muss ich mal ankommen das muss ich mal ankommen was? hä? steh ich ne weil ich so eine detaillierte Kurbel ok da muss ich mir die Kurbel glaube ich auch mal ankommen ach das sieht richtig gut aus hier ich bin ja fast begeistert wenn dieses Loch da unten nicht wäre Zuckerrüben, Moose, Silo ja genau André so sieht es nämlich aus wegen Moose auch ja ja mach mal was anderes Jonas nö hab ich gerade Bock drauf wenn es dir nicht gefällt einen schönen Sonntag noch das einzige andere was wir machen können ist aus ja ja auch das wäre möglich ne ja ja man kann schon anders rum hinschneiden da komm ich noch runter er hat 68 Prozent was sind das für Fragen schaut ihr hier zu hm man weiß es nicht Matthias bitte erst ab der Hälfte und dann rechts ich bin 31 willst du die mögliche erst ab Hälfte haben? ja hinten ist noch weniger ja ja Lukas das auch ne mach hier vorne mach hier vorne ja ne aber recht da waren 80 Prozent ich geb mal rum bisschen Gas dann noch ja nun das und wir haben ein Schild hinten und vorne eins aber jeder wie er will ja du bei uns gibt es das auch mit gerade mit so einer Walze das gibt es ja auch mit gummi bereiften und ähm selbstgebauten quasi so eine Teller musst du mal kannst du bei YouTube gibt es da ganz viele Videos da gibt es das auch mit Walzen so welche zum Hinterhängen hängen Pistenrauben ne nö ne nö ne 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 also hatten wir schon viel schlimmer als die linke seite das ist echt ein bisschen schade ja die ist echt ein bisschen schade aber die seite rechte seite linke seite na wer kennt ihn im film gegen jede regel gegen jede regel seid ihr frauenfeindlich maxi lp 9 hier gefällt es war nur eine frage ja im moment macht silo verdächtigen echt spaß also mir gerade so ist ja auch ganz schön vielleicht weil ich das das erste mal vernünftig hinkriegt obwohl so viel im silo ist damit 1,7 millionen und das ding ist eigentlich immer noch ziemlich glatt ist es jetzt hat sich noch keiner festgefahren das habe ich noch nie geschafft ich bin stolz auf mich selber welcher yonder ist das es ist und der und der und der 6er ich habe mich ja gedrückt aber jetzt wage ich mal den ganzen silo hier mal ranzuschieben nein nein ich habe ein loch reingehauen jetzt hat er es verkackt ich habe alles kaputt auf den letzten zügen das kriege ich noch hin das kriege ich noch wieder hin ich komme jetzt von der anderen seite ja komm mal von der anderen seite und gleich mittig und dann von vorne abkippen warum hat er das nicht mitgenommen das darf man auf den ts kommen ja wir haben einen community channel aber während des livestreams geht es nicht in unseren channel tut mir leid wo die nütze ecke da kriegt ich weiß gar nicht ob irgendjemand im community channel 6 normalerweise finden sich da auch immer leute an silo hier mal wieder ein bisschen anscheinend ja fahr doch mit ich habe ich gesagt und anfangen und wieder bei nordwest gaming ja zieht durch du mach dir zwei tabs auf und dann läuft das läuft genau jetzt von lang entscheid youtube chat deutsch deutsch youtube chat galt ja 19 hier ein bisschen durch den bursch geht er immer michael er noch da ganz dünnes eis was ist denn jetzt alles gut dass ich gleich die büchse der pandora öffnet wenn gleich jemand in ts dann machst du das aus ich gehe dann so lange in anderen channel ich glaube das gesamte team nordwest gaming kommt mit in anderen ich habe das auch mal gemacht wie sie das erste mal zu uns in ts kam habe ich gesungen und da gab es gleich aufs maul quasi noch drei likes dann hat er die 100 likes richtig geil ihr bekommt jetzt schon ich weiß dass wir das schaffen deswegen bekommt ihr schon mal zwei däumchen von mir ist zwar nichts gegen eure 100 aber mega cool ist doch schön hier haben uns alle liebe im polypocket aber recht ja ja kennst du das kliemannsland kliemannsland ja ich nicht wo ist das keine ahnung ist das nicht irgendwo bei der bei euch in schleswig-holstein nehmen die da nicht auf keine ahnung hat schon geschrieben im chat alter maximilian mit ganz großem abstand zu anderen marken john deere auf jeden fall bei bärchen ist es ganz schön laut ja ja so gut das nur drücken im gesicht auch die scheiße nämlich alles nix 102 daumen nach oben richtig geil jungs ich nicht geil ja zutragen michael du sollst sein dass die liebe michaela nicht auf den stream channel kommen kann was soll was heißen also die augen die ich gesehen habe also ich habe hier schon fast rot war nix und dann macht likes richtig gut jungs weiter so blaze fs ne ist in niedersachsen siehst du deswegen kann ich das noch nicht alles hinter der elbe ist nämlich ausland schnauze schnauze kriegst du ein visum das nächste mal habe ich auch beantragt ja wir wollen hier noch mal grillen dafür haben wir schon beantragt das sagt der isländer ja ja das sagt der isländer die große hafenrundfahrt junge ja die kann er auch kriegen pass mal auf dass ihr die nicht kriegt jörn den hubschrauber ne ja genau ist er schon drin ist er schon drin boah leon gaming auch hier danke ich für dein abo schön dass du dabei bist sehr cool ja leute die ganzen twitch kommandos funktionieren hier ich hab dir voll das sind insider Herr Berg tut uns leid aber ja ich verstehe das schon Herr Berg ich schicke dir mal ein video bei whatsapp ich schiebe ab ne hier 97% das lohnt nicht mehr ja und sonst stefan bitte rechts lecky wenn wir mal wieder bei mir grillen dann kommst du rum nur 10 minuten bin ich da du das ist doch nicht so weit aus hannover ja und gleichmäßig da ist nicht ein fleck ne wo wohnst du in der nähe von so das war für felix mach da Platz ey Raphael auch dir danke fürs Abo schön dass du dabei bist sehr geil völlig restriktiv hier alles wo fährst du denn hin Herr Berg muss das sein dass die Reifen in Gras tauchen in echt ist das doch auch so ne die schwimmen immer einen halben Meter drüber wegen der Verdichtung ne weiter wundern ist das irgendeiner von euch sich überhaupt irgendwas mehr ach so dass er auf der Zettel er war denn jetzt schon drin oder noch nicht noch nicht ganz ihr seid ein paar kasper finden die boss auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist am besten schickst du das video doch gleich damit dass sie nicht in unkenntnis sterben ja ich gucke schon ganz gequält hier ach jungs hat matthias mir das geschickt krank da sind die florian hat mir das geschickt an den herrn dennis das team nordwest gaming kennt sich persönlich ja vorne abkippen bis zur hälfte ganz oben da passt nicht mehr viel ich hoffe ich krieg das hin irgendwas lädt er immer noch aus so musste ich dass das in die hose gehen wenn es für scheiße labern geld oder ein award geben würde ihr wärt alle zusammen reich und würde alle einen bekommen der oberhammer das lächeln geht nicht aus meinem gesetzt so soll es sein deswegen machen wir den ganzen scheiß hier ist so schön dass du spaß hast dabei wenn ich krank bin habe ich angewohnheit ich habe mir immer als sämtliches ungesundes zeug in die rübel das ist echt widerlich und die legale substanz und wenn ich krank bin gehe ich halt normalerweise auch nicht zum sport und das so werden also abgenommen wenn ich nicht ganz dort war und auch noch krank war ist sehr unwahrscheinlich jetzt jerry flicker auch dir danke fürs abo schön dass du dabei bist ich glaube hier vorne müssen wir auch noch mal ein bisschen ran schieben das ist so mit offenem auge ins messer und so naja genau dann muss ich immer muss ich auch noch was können natürlich können ja können dir ja immer können die steht für können 187 was ist 187 und 87 straßenbande oder Julius Otto Brandt ich danke dir fürs abo schön dass du dabei bist sehr gut du bist krank dünner kopf dennis das ist blöd gute besserung du bist irgendwie immer krank links von dir noch mal ein versuchen ja mach mal dann fahre ich aber von hier ja morgen mal ach die 1 also hier die von wegen mein holz und ja ich andere beschränkte blablabla 90 80 ich möchte meinen kollegen jetzt jerry wieso willst du kein bauer sein ist doch ganz so eigentlich ein toller beruf oder ist dein eigener chef muss was für die menschheit adri monzen was denn hier sorry adri schreibt 187 spastenbande blablabla ich danke dir fürs abo schön dass du dabei bist ich fahr hier mal rückwärts rein und versuch mal den dings hier weg zu machen vielleicht hat den channel betreten vielleicht muss ich ja gleich mal dankeschön ja das löde stück da noch ne so wer hat jetzt recht weiß man nicht kommst du da von außen kommst du wieder hoch aber ich wusste dass es ja von sprang kommt das läuft so flüssig ja passt schon auf meiner to do list ist schon wieder ein strich mehr ach so dennis du bist nun mal nur sehr lange kann wenn dann für 56 tage ja gut 56 tage geht ja nicht lange sich länger ist das voll hier ist ein loch drin einfach ruhrpott nein leider nicht möglich aus gerade eben erklärten gründen von herrn berg ich erkläre so ja hier größte gesellschaft und so weiter und so fort ja ja genau dein vater ist landwirt geile norma warum nicht doch was ich bin jetzt von vorn rechts oder links macht du mal lieber links und da wo du kommst die mark lieber von hinten in se boss das wieder los ja ok der war schlecht ich gebe zu ja ist dann aber wenigstens sie ist ein sie ist ein ne ja ja wo haben wir denn noch im silo katastrophe also das mit den kopf bewegung dass wir den kopf bewegung nennt sich hals der farmer kippt schon wieder ab und bleibt stehen jetzt hat er da schon wieder einen ganzen haufen hingekippt muss aufhören auszukippen hast du deswegen liegt jetzt da dieser große haufen ja ist gut wie soll ich das nur wieder jungs die nächste viertelstunde kann keiner auf silo fahren so langsam ist der silo wirklich voll hier bleibt nichts geheim die gaming monzen habt ihr auch ls 15 gezockt blablabla du bist auch bauer ich habe ein gartenbeet ja auch nicht ja wenn er ein gartenbeet hat was habe ich denn zu hause kann man das erinnern eine dreifachwiese ein acker da ist geklaut man du hast einfach den sound weggenommen macht doch ein freisilo den hat er bei seinem fahrerischen talent einfach weg gemäht fahrerisches talent und farmer zwei sachen die nicht zusammenpassen aber es werden zu können ich habe etwas gurgeln gehört im hintergrund hat du wieder gehört hast da weiß ich auch nicht weiß ich auch nicht ja ich weiß wir wissen ja das liegt an einem alter ist ja auch in ordnung aber ist der beutel schon voll ich muss mal gucken ja guck mal lieber nicht dass du dich doch noch ein nest mein freund das lenkrad in game so komisch also mein lenkrad läuft nicht dreht sich und wieso ist das komisch erkläre dich freisilo geht ja nicht wir haben ja kein trigger war doch nur eins rein ist auch nichts ne schweine brauer kannst du müssen wir wohl zur bga ne bga versetzt du da noch einen hin oder soll ich durchfahren mach mal hier noch einen hin jetzt wo ich dann vorbeigefahren bin warum also bga oder was ja ja mach mal bga bauers tv auch dir danke fürs abo ich hab mich festgefahren schön dass du dabei bist ah nee du jetzt der farmer der hat der ganze silo zerstört ja klar oh god die hälfte liegt draußen das müssen wir gleich mal ran schieben du musst mal gucken dass du mir hier hinterher kommst einfach also im single player dreht sich das tatsächlich komplett flüssig im multiplayer hakt es aber halt so wirst du die beobachtung die ich gemacht habe ja ist doch so genau so wie mit noch 75 abos bis 4000 ja 95 97 stefan herrlich ich bin begeistert 99 100 dieses fahrerische können des stefans wirklich es ist 1000 herzen wert wenigstens einer kann hier vernünftig abkippen sonst bin ich hier wieder durch die botanik es hat keiner gesehen ne hat keiner nein ich verraten ich nicht dein fahrsilo im ls 17 hat 390 tonnen gras drin auch nicht schlecht für andreas so lange wie wir bock haben jetzt 15 uhr schon drei stunden dabei halleluja läuft läuft war richtig war richtig ja trains im world stream muss ich mal gucken ich habe jetzt erstmal wieder folgen aufgenommen von dem einen szenario schauen wir mal irgendwann wenn es soweit ist habe ich hier jetzt eigentlich 100 prozent verdichtet weil ich müsste ja so langsam mal 100 prozent verdichtet ist müsste ich ja so langsam mal zu sehen dass ich euch hinterher kommen da war stefan michael hat dich liebt die denkt an dich ja ich habe auch die rundum leuchten an ach so hast du wieder auf die b-taste gedrückt ja kannst du mal die bga kurz zeigen jonas wir fahren da gleich hin und dann könnte ich ja vielleicht mit wem tauschen dann könnte ich abfahren dann mache ich auch noch mal was anderes oder so andreas dir auch einen schönen sonntag und viel spaß noch an diesem nächsten silo vergeigen ja dann kann der nächste mal versuchen silo zu versauen würde ich sagen dann lass mal ganz kurz was oh kicken so dennis du switch mal wieder dennis kann ich das verraten du könntest auch bei beiden gleichzeitig gucken das ist was oder ja da musst du nicht immer hin und her switchen nee was ist denn mit dir verkehrt weißt du noch nicht ich schick noch mal einen link für die die das so mit dem linken auge kannst du bei mir gucken mit dem rechten auge bei blacky genau wir haben zwei millionen übrigens im q silo dann die bilder zusammen und verwirrt dich vollends wir fahren zur bga bga endlich mal wieder innen an sich hier alles 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 klob bg o leck mich an der füße ey die denn für gedanken hashtag vor stefan letztes mal hat sie gefallen nicht so aus dem käschen plaudert ihr schweine ja was soll schönes wetter und so ist hier so auf der map strahlender sonnenschein geht mir egal ob die blinker doch jetzt auf die tasten ich habe gerade den weg zum links merken kann zum hof jetzt wollte er zur bga kann den farm kann man bitte jemand den farmer abholen in ihnen an die hand nehmen kann ich mal bitte begleitfahrzeug haben andere ich gebe mir mühe aber wenn ich bei mir in der kabine sicher fühlst dann ist das schon mal viel wert oder ist der schranke geht ihr alleine auf mach das mal ich glaube hier ist richtig dass ich hier hochfahre oder ja genau gold richtig ich könnte würde ich mein equipment auf die terrasse stellen draußen aber das ist dann immer so anja habe ich wünsche dir auch einen schönen sonntag schön dass du den weg hierher gefunden hast richtig richtig geil wir begrüßen dich schön ist es dass du da bist ein bisschen kürzer mal einige zuschauer muss man einfach so begrüßen größe aus schleswig-hautschland in die schweiz hashtag road to 5000 abos ja lukas das wird aber so lange nichts wie während ls streams die abos dazukommen und wenn es dann mal eine woche keine ls gibt was ja durchaus passieren kann die gleiche anzahl wieder verschwindet also wo geht die rechnung nicht auf das ist ein teufelskreis julius auch dir vielen dank für das abo herzlich willkommen ich habe das von der einfahrt aus als aller recht ist recht ist gut ganz recht ich kippe einfach mal mal in deren markt der berg macht schon matthias füten neunsen ich war hier was mich gerade hätten wünschen wieder auch gebe ich den geheimtipp guck mal in den link unterhalb des videos da kommst du zum kanal von nordwest gaming und kannst quasi die andere sicht auch noch sehen hast du überhaupt was hingegeben und video aber schön glatt hast du es gemacht also das ist ja mit der gefährlichen einfahrt hier muss ja mal ankündigen wenn du rausfährst ankündigung richtig so wie fahr ich denn am besten ja am besten zur bga zum zum alten silo zurück und dann oben die straße weiter runter und es fällt elf da links und dann so wie der farmer es gibt andere ja ich kann es auch nicht um es geht nicht nur da aber blacki mir so ein vorausfahrzeug geschickt hat man sich wüsste und jetzt müsste ernsthaft teilweise bessere spiele als im ls 17 jetzt werde ich jetzt werde ich hier gleich und das als ls 17 streamer wie kannst du nur bin ich ja das gesamte das gesamte nordwest gaming team unterstützt diese meinung nicht nein nein damit ganz alleine da ist ja so es gibt viele spiele die einfach geiler sind und das hier ist ein simulator versucht einer zu sein versucht einer zu sein kommt drauf an was man veransprüche hat oder was man ja ja das stimmt auch nein aber ist alles relativieren für den 1 ls das ultimo let's player heini bei mir niemals auf dem rechner gesagt getan ja moin und danke fürs abo schön dass du dabei bist hashtag doppelkoppelt die darf natürlich nicht fehlen hier werden lügen verbreitet unglaublich andere spiele als er es hat sich gerne was ich von wo du kommst ab und da ja links da ist auch noch platz ja lukas ich glaube die welt ist noch nicht bereit für meinen pferde witz black beauty mit zwillings bereifung und mit dem röber tschuldigung tschuldigung herr farmer das war mein fehler ich habe in chat geguckt wenn du versucht hat vernünftig abzuladen habe ich mal probiert ich weiß nicht ob das geklappt du musst das ausmachen ansonsten werdet youtube das nachher wieder mit musik das ist frei monetarisieren okay dann ist gut ich habe ja mal diese ncs ich habe tatsächlich ein copyright claim bekommen für eine ja das geht ja gar nicht ich weiß da haben wir auch ein video von und benutzt streich dann erkennt youtube das trotzdem nicht an auch wenn du da die tonspur löscht weil die es einfach nicht wollen genauso ist dasselbe problem auch immer noch umso wenn du länger keine videos zeigst steigen deine zahlen auf den videos und deine abonnenten steigen komischerweise auch wieder an wenn du dann wieder irgendwas macht auf deinem kanal hochlädt dann geht wieder nix ist wieder so ein bisschen fragwürdig was da mit dem drecksverein los ist ne bob stream aus er hat es gesagt naja ist ja so ein bisschen verdächtig ist das ja schon ne naja das sind ja so diese youtube mechaniken ne ja bei mir ist es ja auch das problem dass ich relativ wenig views auf die videos habe aber im vergleich dazu hohen abonnentenzahl und deswegen werden die videos schlechter gelistet deswegen gucken es noch weniger insofern musste man eine woche nichts machen dann geht das automatisch hoch ja nur so ein kleiner tipp am rande die youtube machen hier unter uns also das war nicht der grund bei uns dass wir das von uns kein ls kam da war schlicht und einfach keine zeit für muss er du musst einfach schnell genug durch fahren da geht das ist aber das hier mit der verdichtung 95 prozent so was haben wir hier jetzt habe ich wieder ein ohrwurm du machst youtube döner kopf gamer dennis sehr gut also dann lasst ihr das gesagt sein 12 43 01 danke dir fürs abo schön dass dabei ist ja warte 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 ihr traktion was ist hier los gibt es heute nicht fällt aus wegen sonntag ja meinst du traktion heute frei ja ja ich kann noch braucht ich das schild gar nicht ihr kippt alle so geil ab ja nur warten ab also stefan hat nur hat nur eine tour gehabt aber das kam aufgrund davon dass der farmer so beschissenen haufer hingelegt hat und ich bin nicht vernünftig schieben konnte das wieder noch gewahrung gewahrung sicher umstände oder ehrlich man kann sich einmal auf sich beruhen lassen der farmer schlechten haufen gemacht naja er war überhaupt auf macht das scherz zum arzt bringen präzter jetzt alle mann herzen für die kleine holsuse den farmer aber auch oder nur hashtag mitleid die verraten er steht waschlappen das schicken waschlappen aber er hat mehr oder wie war das ja ja mal er Prozent wenn es so gut war die Ehe ich gehe ich hier russisch hier gegen die Schranke geschubst Prozent noch mal bitte hashtag jammer Lappen er heilt anrufen das ist für mich auch noch nicht in diesem Fall Entfaltungsfragen hier war der Berge muss das wieder rausreißen ich merke das schon und er muss es ja das ist kaputt das quitscht so laut hier doch immer dieses statische rauschen da hast du recht michael ja ich hab tinnitus in den augen du musst links hin wie immer hier ist eine grüne stelle im bild es ist gras hat sich schon moos angesetzt war genau ist schon noch gelaufen wer ist denn dieser jesus das bläckige lang gefahren warte nicht zu dicht an dem baum hier hat man mit dem ladewagen hängen die bäume springen manchmal gerne auf die straße das habe ich auch schon gemerkt siehst du ruhrpott hat das spiel verstanden hashtag jamala und ja hier matze auch wieder sehr vorbildlich ich bin ja begeistert mei oh mei diese luka haut da ich ihr herzchen hashtag heusauce hashtag waschlappen vielleicht die volle ladung hier ja siehst du und das in deinem chat das ist das gute also angesprochen aber der streamer wird immer von seinen eigenen view an gemobbt das ist irgendwie irgendwann kommt das immer ich auch nicht mitspielen du spacken richtig der war auch nicht schlecht heute drei stunden zehn minuten gegen die wand gefahren scheiße drei stunden zehn minuten 57 58 59 3 stunden 11 minuten was hast du bla 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 mit so einem scheiß haben wir nichts am hut aber auch nicht dass du das schreiben wollte ist oder du wolltest doch gerade die nachricht zurückziehen oder michaela george moin aber wirklich ja es ist ja hier sind diverse mutti accounts und weiß ich nicht was oder die modis und dann ist es der kleine florian der vielleicht wollen die noch mal so einen jungen bengel jungen bengel dann sind sie bei mir falsch stefan wo bleibst du naja gleich da aber jetzt wo du dich rasiert hast sie so aus wie zwölf das macht die mütze dann setzt er besser zwei auf der nächste der kommt rechts hat er vielleicht die fussel aus dem gesicht genommen oder was hat er hat er dann habe ich mir das letzte mal vor vier tagen oder so rasiert vier drei ich weiß es gar nicht mehr ich mache das immer so wenn es gefühlt mal wieder zeit wird wenn die fresse joggt ja oder wenn die frau meckert wenn die fresse joggt dann drauf hast recht alles lappen und bär ist der gute so will ich dass sie mich hören eigentlich moderatoren recht und begeisterungsstürme jetzt hat er gerade einmal an sich selber geschrieben und am pseudonym ja genau genau aber komm lass ihn das das baut ihn auf genau irgendwie muss man sich ja positiv zusprechen wenn es uns klar genau wenn sonst keiner hat irgendwie dich positiv erwähnt aber ist in ordnung von mir hast du einen daumen hoch ist schon gefakt moin hier aber so mit gleitsdaumen brauche ich ja nicht fahre mal ne ist es standard walze du bist ja wie ein klasse typ find ich schon in ordnung aber ich muss zugeben ich wusste nicht dass die nicht verdichten kann jetzt haben wir die drangelassen als als gewicht einfach also stefan dass du den jetzt nicht verstanden hast darfst du vielleicht ein bisschen mehr eigentlich hätte er von dir kommen müssen sag mal kommt hier eigentlich auch mal wieder wer oder ja ich bin ja unterwegs gerade hier in der einfahrt ich komme auch schon mal keine sorge ich wollte Stoff kriegen na das kann ja noch dauern ich bin ein korn bringt mich nach vorn die chancen sind relativ gering weil ich kein alkohol trinke also aber kannst gerne einen für mich mittrinken und alle holen macht bühne hol alle holen ja und dick ne ja Dosenbier macht schlau genau erwiesenermaßen ja ja ähm links bitte ja gut links und rechts ist in dem schmalen silo aber wenn du da so schön rüber fährst ja ich mach das Tobi keine ahnung was der so macht irgendwer wollte uns ja mal eine autogramm karte besorgen einer unserer zuschauer aber hat das bis heute leider nicht geschafft autogramm karte schöner kopf dennis ich wünsche dir einen entspannten sonntag noch und bis zum nächsten mal reingehauen schon mach's gut jonge läuft jong red bull verleiht flügel alkohol einen allradantrieb ist das so ja ist das so also wenn du tippst du das leben brauchst ich frage den stefan der hat zehnmal im jahr weihnachtsfeier und dreimal geburtstag er hatte einmal weihnachtsfeier er hatte einmal weihnachtsfeier und die war ein bisschen doll an nächsten tag ist er hier im ts aufgeschlagen und ja aufnahmefähig konnte man das nicht nennen und man durch kommt man durch solange das einmal im jahr ist einfach merkt du hast heute geburtstag ja Mensch dann alles gute glückwunsch kannst du jetzt mit Herrn Berg tauschen ich hab nicht geburtstag ich weiß nicht ob ich mit dem Berg tauschen will wer steht denn hier verlassener trecker ich komme von hinten rechts oder links macht ihr die tage in community stream ich denke nein du stehst hier verlassener schlepper heute macht sie nicht afg oder so wir sind froh wenn wir selber mal zum zocken kommen weißt du das ist immer so ein bisschen farmer du musst die rechte seite rechte seite da wo der daumen links ist ne aber ich habe nicht mal den gedauern was passiert ist schlaber stu er ist meine runde erdbeerkäse für die vitamine erdbeerkäse erdbeerkäse im bar moinzen schön dass du auch mal wieder da bist sehr gut bin ich hier nur gelandet im bachiller übrigens einer unserer ersten zuschauer auf dem nordwest gaming kanal ist die konix du machst das schon das immer machen wir hätten da kein besseren gut ist so nah ist schwer zu finden bei mir sieht das bestimmt nicht besser aus also richtig fahr mal wie du fährst aber wir uns jetzt mal besser nicht unterhalten silo kaputtmacher kritik äußern wollen dann meinen außerordentlich guten fahrgünsten oder außerordentlich sind sie aller farmer muss gleich drei an machen bei mir stand auch im zeugnis immer drin er war stets bemüht doch nix gerissen aber das haben sie durchgestrichen ach so michaela macht das ich wünsche dir noch ein entspannen vielleicht sieht man sich heute abend ja noch bis michael abend ich glaube ich nicht mehr ich habe es versucht natürlich niedersachsen gamer 19 beim berg fest in meinem garten da kann es wieder gut machen auch die erwünschen entspannten sonntag noch bis zum nächsten mal schön dass du da warst etwas mache ich hier ein verlassener schlepper wer kommt da hinten und was macht er das schon wieder einer mit dem schild wer ist das hat sie will dir helfen los doch immer ein spielzeug davon und jetzt war mein träger rein die brauchen dann nämlich ein abfahrer jetzt werde ich von meinem guten silo gejagt hier aber das ist damit du weißt wie das aussagt ja genau aber komisch wo sind die kasper hier erst fragt darum dass er abgelöst wenn du kommt einer ich heute also ich weiß auch nicht ich bin mir nicht so sicher naja 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 na gut ich fahr hier einfach mal hoch ich weiß doch nicht wo ihr seid aber ach doch sieht nach da hinten aus einmal wo der farmer hinfährt sonst schon aber gar nicht gut morgens sehen anruf alle alle mögliche Meister bei gelungen auch wie findest du die switch Julius als Anwesenheit tut uns gut achsen anwesenheit tut uns gut achsen anwesenheit weil ihr kommt machen was ein rechner der schießt auch da die jetzt kann es ja nur gut werden wir werden sie wir werden sie so noch gar nicht voll hier ein was hier noch mal ein t-shirt ja herrlich das teil ist er ist die hand das ist falsch geschrieben mit c bei englisch was einige oder wahrscheinlich soll das beim olaf heißen beim olaf steckt die wichtigen fragen ja das kann ich nicht sagen weil ich die switch von nintendo noch nie noch nicht selber ausprobiert und was steht auf einer mitte nintendo konsolen fan typ kenner nutzer wie auch immer du das halten möchtest schmecker mega maga der maga vom aga läuft auch berg du das ist auch frühstücken kunden hunger das ist auch frühstücken kaffee ich werde das nicht hinterfragen aber wir haben den inspektor gar nicht ich sehe schon ich sehe schon das alles schenken und mal wie das läuft hier wenn profis da sind ich habe aus dem berg die reifen zerstörter wieder an müssten wir alle ein t-shirt machen und so kukagi attacke mit kacke ich schuldige ich habe nach hinten geguckt ja das läuft hier ja schön wärs mal gucken wo ich welche herkriegen wo bist du denn alles 20 nach 6 20 nach 6 20 nach 6 moment mal auf einer anderen seite der erde oder was was wo kommst du denn weg ich glaube wir werden gleich noch ein bisschen wetter genießen ja kommst du nicht rum hell draußen ich habe heute 20 hektar geflücht nieder sachsen gamer 20 hektar hast du geflücht an einem tag mit was für mit was für ein flug drei schade 14 meter allrounder flug umgemordet im real life oder im ls weil im ls 20 hektar flügen ist nicht so also im real life wann hat er denn angefangen heute nacht um 12 oder was selbst dann schafft er die 20 hektar nicht in long beach ist der alex ach so den guten morgen ja guten morgen jungs fast ne range aber echt ey du hast es geschafft ey du bist ganz so im mangelkopf ich bin international stefan mach mal schnell einen screenshot schnell ey warum so dicht bei dem scherp noch nie oh oh gott alter leute ich muss echt spucken jetzt ne alter hat dir da ein tempomat drin und klutscht auf der treppe oder was ja 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 blicky hättest du mal noch weiter verdichtet was oh das wäre so schön bin kurz weg moinzen ich bin eine biene moin ich bin keine biene wir sind hier nicht mal Bauern sie sind hier nicht mal Bauern sie Frau ja oh schön die kriegen Husten anfallen oh ich auch ich bin warm wir drücken den Pinsel mal durch da ja ich entschuldigung ich drücke was nicht nur ansetzen auch durch drücken kann doch nicht so schwer heute erstmal gucken wo ich hier bin feld 22 keine ahnung man ich mache jetzt erstmal die karte groß und beobachte wo bleck ist ich muss erstmal sehen wo ist feld 22 na doch den weg kriege ich ja beruhigt euch doch mal meine güte ja machen wir doch auch erst mal eine feld ausfahrt einmal helfen schon ist das wieder rechts das heißt wir machen alles richtig ne sehr schön ja ob unterhalten läuft schön wenn wir euch unterhalten feld ausfahrt ist links von den häusern da ach da guck mal an oh bin ich doch richtig gefahren sehr geil gestern sind wir aus Hamburg zurückgekommen da war es dann um halb neun und dann haben wir noch irgendwie mentalist geguckt aber dann war auch Feierabend das ist bis in deinem Alter gar nicht mehr gewohnt ne ne ich bin auf dem Weg in Hamburg schon bis Fallingbostel erstmal über die Landstraße gefahren ja ja die Baustelle mit drei John Deere haben sie heute Nacht um drei angefangen zu pflügen und ein Fan 3 John Deere ein Fan dann schaffen wir auch 20 Hacker oh wo willst du hin dann hat jeder 5 geschafft oh das ging mal ein in Hamburg war es klasse klasse kann man nicht mehr fahr mal wo willst du hier abgibt 80 mal oder das 80 mal oder das 80 mal oder das 80 mal oder das 80 mal 80 mal völlig egal ok ja das ging mal hin wie ist der Blacky der ist nicht so kompliziert wie du ich bin auch nicht kompliziert das müssen wir ja noch parschippen du ich sag dir das ich parschippe jetzt das ist eine mit der Schippe überm Kopf alter ja das liegt einfach daran Herr Berg ich nutze ja einen Trecker zum Walzen und nicht so ein ja weil so hört auch auf zu Flender man ja 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 da gibt es nicht so eine Luft wie da wo du durchlaufen kannst nää naää waaat Mount list ist schon cool die Serie das ist ja auch so ein bisschen auch der Typ ne na und wem sprechen wir jetzt keine Ahnung mentalist ja aber mental ist es geil habe ich echt lange nicht geguckt und dann jetzt so netwegs sei Dank irgendwann mal angefangen inzwischen bin ich bei staffel drei von insgesamt sieben oder naja dann hast du heute abend auch was zu tun ja 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 dass du auf dumme ideen kommst wenn man vor du kommst auch wieder mit deiner frau was und dann und hände über der bettdecke lassen hey könnt ihr mir helfen die 35 abos heute zu knacken gamer brothers verpiss dich oder soja ich würde selber gerne 35 abos knacken heute das dreamer tv nrw auch die ja danke fürs abo schön dass du dabei bist dauerhaft blockiert geht doch direkt weg mit seiner spinnerbande norweger alter so matthias wohin als ich lesen konnte kras rechts ach bei mir ist nicht egal rechts ich mach doch recht ab mitte da wo die beiden hügel und dann machst du mit sieben das problem an der geschichte war der fendt hat nix gerissen normal also ich als fendt fan halb ich da jetzt mal drauf also haben die johnnies jeweils sechs hektar gemacht und der fendt zwei kommt das ja auch wieder hin richtig reise zum acker versagt so war matthias ja geil bestell mich hier kurz einmal habt ihr das gehört genau da kampfkicks eine modelliste gibt es nicht ist aber übersichtlich sind wir vielleicht nur sechs oder sieben oder was so viel glaube ich gar nicht fünf wenn überhaupt sind schon sieben naja siehste ja oh warte mal haben wir jetzt schon wieder verfahren hier oder was nö komm ne doch hab ich hast dich wieder verfahren ja ja ich hab mich verfahren naja ich bin gleich bei dir florian haste ich bin gleich bei dir florian braucht er nur das navi ich habe schon zweimal unfall frei hingefunden hashtag landschaftlich schönere strecke ja ja genau hätte ich jetzt auch sagen ja lukas wenn du glück hast kriegst du das heute noch hin möglicherweise ich finde den schon ja 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 das ist halt hier mein kleiner privatweg hierhin ja du machst das schon man kommt natürlich auch über rom ja 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 da paris es steht auf meiner mütze keine ahnung was steht da drauf weiß ich nicht was steht halt was steht denn auf deiner mütze sag mal ja das liest ist doof steht da drauf ah und in was steht denn in wo hättest du es denn gerne links weiß ich nicht aber ich setze sie jetzt nicht ab um nachzugucken ok ich probier das mal mit links zieh das voll durch du ich meine wir stehen dass es nicht geht nein 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 du fängst hier erst an bitte ok und dann 7 kmh oder was ja alles klar jonas ich wünsche dir noch einen entspannten sonntag schön dass du da warst bis dem jetzt langsam anfangen ja so und jetzt soll ich recht sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön geht doch ich habe sogar die blinker jetzt hier auf meine 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 schalttasten quasi hinten gelegt ja ich blinke jetzt nach 150 folgen habe ich es geschafft nach 140 position die rundum leuchtet zugang zu kriegen nach 150 die blinker richtig gut der fan ist nach 100 meter liegen geblieben motorschaden dann kann man aber machen ist halt ein zent ja so ist es ach scheiß technik viel zu viel technik drinnen eigentlich sind die ja nicht so bekannt für motorschäden nein ist ja auch ein nicht hier muss ich es lachen du hörst ja alles mögliche von denen vielleicht mal mit vario ein triebsatz ärger gibt aber motorschaden beim fan eigentlich hast du vergessen heute eine einweisung mit dem farmer 02 guten sonntag das kann auch mal bei jedem passieren ja natürlich so wo sind denn die da hinten also demnächst will ich nur noch will ich nur noch ja will ich nur noch ne willst du nur noch ja ist klar ja gut dass wir nochmal drüber gesprochen haben ja genau ich wollte das ja mal erwähnt haben ja genau hey nichts gegen fan dodo doch ne menge dieses hirschgrün das beeindruckt einfach viel mehr was ist hier los stefan siehst du hier lukas schreibt schneidwerk hoch beim wenden das war ausgehoben nur nicht richtig er hat nur nicht richtig hingeguckt ja der luftdruck der reifen ist auch so niedrig ne es hängt so tief das war der versatz im stream weißt du der versatz im stream genau ihr kasper das war wieder der klassische F50 Lukas, danke dir auch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal Lukas, schönen Sonntag schönen Sonntag Lukas und ist schon wieder Sonntag? Oh Herr ein Glück zum Glück habe ich morgen Urlaub ja was? das ist das ist sehr gut das ist sehr gut ich bin eine Biene und dir noch einen schönen Sonntag mache die gut Bienchen bis zum nächsten Mal gesträubt fleißig die Blümchen richtig ich und so aber jugendfrei bitte ja ich bin auch frei von ja du bist absolut frei von jugend guter bestäuber ne das habe ich nicht gesagt hast du jetzt gesagt ja komm den kreis mussten wir schließen das ist schon in Ordnung aber weißt du ich bin ja eigentlich für die curiosität hier eingestellt ne und deswegen muss ich mich in bestimmten Dingen einfach verrückt halten hat noch nie geklappt LP bezahlt sie ne der nächste Johnny hat genug so viel Technik genauso viel Entschuldigung genauso viel Technik ja natürlich die haben alle viel Technik ist so die tun sich heute ja die tun sich heute ja alle nicht mehr so viel das로 ich hab mich grad Bremser genannt nur weil ich nicht mit 80 km h über den Acker knall das mein ich nicht ja 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 der war erst bei der Inspektion na ja Manchmal ist es so, ne? Jetzt ist schon Kacke hier. Jetzt ist schon Kacke. Oh, stimmt. Oh, guck mal, das ist der Blackie. Oh, hier ist er. Da ist einer. Hier ist er. Winke, winke, Blackie. Winke, winke. Winke, winke. Jetzt kommt wieder ein vernünftiger Johnny auf den Hof. Nicht so ein Drecks-Fan. Nein. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, nehme ich an. Wenn du mir... Sag mal. Fahr vernünftig. Jawohl, Chef. Gut, dass es bei dir da gar keine Marken vorbehalten gibt oder so. Ne. Wollt, ne? Läuft, absolut. Er mag halt seine Marke, ne? Ich glaube, in Wolfsmoor stehen nur noch ganz wenige, die keinen Hirsch drauf haben. Oh, ne? Wie kommst du denn da rauf? Viele gibt's nicht mehr. Die, die es noch gibt, werden noch genauer ausgesucht. Fünfer, Sechser, Siebener, Achter. Ja. Alter Schwede, hast du was gesehen? Ja. Das war... Er lobt sich schon wieder sehr. Oh, ja. Ne, gerade nicht hingeguckt. Ja, das war klar. Ja, ja. Ist schon okay so. Ist schon okay so. Und wieder ein Wagen voll. Herrlich, Menes. Oh, er blickt sogar. Ich werd verrückt. Ja, guck mal. Ich war verrückt. Ich hab die Taste ja schon länger belegt. Hätte auch mit dem Johnny passieren können. Hm, ja. Hätte wirklich. Du nicht bremsen, Alter. Ich hab grad das Pedal durchgedrückt, Junge. Ja, kannst mal sehen, wie langsam du bist. Ja. Der schiebt mich gleich an. Das kann ja nur noch. Der Fett ist ja nun mal auch ein bisschen schneller wie der 6R. Bisschen, ja. Ich könnte das. Aber ich tue es nicht. Ich hab es auch gleich vor der Schranke. Schiebst du mich wahrscheinlich voll rein. Bremst rechtzeitig. Oh, 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 oh. Bündige das an. Ich sehe die Bremslichter nicht. Ist die Kiste so dreckig, oder was? Ich fahre so dicht dran. Die Motorhaube ist im Wies. Oh, oh. Er hat die Sonnenbrille auf. Ihr seid fies. Aber nur so kennst du uns, Pi. Natürlich. Läuft bei euch, Jungs. Läuft bei euch. Mal auf, der Ding. Wieso kommen die eigentlich im Duett? Wer ist denn da wieder verkehrt gefahren? Es ist niemand verkehrt gefahren. Ach nee, der eine war ja kurz austreten. Jo, er stand die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Richtig. Wir haben nur Geld gekostet. Der Macker stand am Acker. Richtig. Welcher? Ich bin hier Geldkriege von irgendwen. Die beiden Eimer rumrum. Ja. Rumrum. Stefan, du bist Deutschland. Alle bläckige Sagen. Richtig. Ich würde sagen, wir machen noch 20 Minuten. Und dann. Einer rechts, einer links. Also höre ich auf jeden Fall auf. Und dann mit sieben. Boah. Wir stehen, Junge. Das kann man alles in einzeln edigen. Ja, was denn los hier? Alter, also nur. Oh, ich muss blinken. Jetzt, wo ich's dir hab, ne? Stefan, üster noch. Zigarette drehen, blinken. Ach, diese. Kaum fahre ich nicht mehr hin an den Bercht, geht das alles in die Grütze, ne? Was ist denn hier los? Sonnenklar. Ich bin am Ast hängen geblieben, verdammte Hacke. Herrlich, sieht das aus, Mädels. Richtig gut. Oh, 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 ey. Stefan, 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 nur. Ja, aber ich sag, 20 Minuten klingt nach dem Plan. Das ist sehr gut. Ja, ne? Sieht gut aus. Haben wir vier Stunden voll. Heute schon wieder vier Stunden Sonntags-Power-Stream von der Göttenstedt. Hm. Wie sieht das an, du? Ich glaub, dass das Feld auch runter, ne? Oh, weiß nicht, ob das geschafft wird, aber... Gut. Naja, die Folge hier wird ja weitergehen. Ich denke mal, wir werden noch öfter... Bleib oben, bleib oben, nein! Wenn wir als Team Nordwest Gaming den Herrn Berch jetzt nicht zu doll vergrabbelt haben, dann wird dieses Projekt bestimmt weitergehen. Oh, mit Sicherheit, oder? Ja, ich denke. Ich glaub auch, der Herr Berch ist so leidensfähig, der kommt noch mal wieder. Oh, ich schlinger ein bisschen. Entschuldigung, Jungs. Kein Problem, wir kennen das von dir, Sprit, die in der Blackout. Gut, dass du das gesagt, Herr Stefan. Jeder andere wäre geflogen. Der wird nicht meckern mit mir. Stefan darf das. Mit dir nicht. Hat das eine andere gesagt, wäre es wieder ausgewiesen. Eieiei, war das knapp. Die Schranke, die muss früher aufgehen. Die Schranke muss überhaupt mal aufgehen. Ja, jetzt beruhigt euch wieder damit, eure Markenkrieg Jungs. Mach's mal gut. Ich muss erst noch 150 Kühe füttern. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Einen schönen Sonntag. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Wohin? Wie viel? Das hast du denn gemacht? Matze, rechts? Ich komm nicht mehr weg hier. 7 kmh, da wo die Jungs aufgehört haben, fängst du an, bitte. Ich hab so schön auf den Blick lang geguckt und auf einmal steht das Ding. Wo die Jungs aufgehört haben. Ja, war stehen geblieben. Und Mitte bitte. Nicht links. Ich hab doch gerumst. Ja. Ich hätte wirklich Abstand gehabt, aber so schnell konnte ich nicht bremsen. Nee, das ist so. Kriegste. Ab hier quasi, ja? Ja, genau. Du führst dich auf 0 in 0 Sekunden. Ja, auf 1 Meter. Kriegste. Oh, war ja, da kommt die Trümmer-Truppe. Vorsicht, 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 Vorsicht. Die Trümmer-Truppe. Alles gut. Auf Platz, sag ich verfehlen, du. Ja, ja. Vor der Haus geht. Was fahren Sie, was fahren Sie, fänden Sie. Aber ich fahr ja auch im Markenbruder, also daher im Konzernbruder. Darf ich gar nicht so laut sein. Extra was Rotes genommen, mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, ne? Das ist ja schon. Das ist wieder das kleine Rote an, ne? Ja, ja, ja. Das große Rote. Heute das große Rote. Das große Rote. Ja. Heute das große Rote Gerät genommen. Fanta hat nur eine schlechte Serie gebaut und das war die mit der roten Felgen. Oh, kann man so sagen. Nein. Hört auf mit dem Magenkrieg, Mann. Immer dasselbe, du. Ja, bin ich. Wichtig ist, dass die Dinger was ziehen, halten und was taugen und das reicht. Richtig. So schwungvoll links runter und ich denke, wieso will der denn da hinten lang fahren? Hier hinter dem Haus kommt doch die Feldauffahrt. Ja, jetzt stehe ich hier vor dem Grusenbauer. Du bist ja auf den Hof gefahren, ne? Du bist ja doch wohl nicht etwa hinterher gefahren, Stefan. Dann kehren sie nicht aus. Ja, deswegen bin ich ja extra weiter gefahren und dachte, die nächste Feldeinfahrt, da geht's ja rauf. Am Arsch hängt der Hammer, alles voller Rüben. Ja, wollte ich mal zeigen. Passt mal auf, ich zeig dir mal, wo's lang geht, ne? Ja, ja. Ach, der Ladewagen irgendwie nicht. Oh, oh, Stefan, Stefan, Stefan. Das liegt wahrscheinlich nur daran, weil du die Gab nicht runter gemacht hast. Doch, die schleift schon seit der BGA unten. Boah, die zinken wieder mit Schaf gemacht, wa? Ja, genau. Die winken hier alle und sagen, halt an, halt an. Nur wenigstens freundlich zurück. Ja, genau. Willkommen damit Funkfluch an, ne? Oh, bei uns im Chat ist gerade wieder ein Markenkrieg. Der Hund ist mal wieder durch den Greenscreen gelaufen. Du kommst bitte einmal rum? Ja, irgendwie. Hund, und nicht auf die Pedale. Der Hund liegt wieder auf die Pedale. Ach, reiner Acker. Nicht auf die Pedale. Ordentlich verdichtet, dann geht das schon. So, jetzt fährt die Kiste wieder näher. Und dann links. Ja. Dann rechts. 7 kmh wieder? Ja. Komm nicht daran vorbei? Und auch fahren und nicht stehen bleiben und wenn der Anhänger leer ist, 7 kmh, ne? Ja, klar. Und abkippen ab jetzt. Jetzt findet er den Knopf nicht. Das musst du doch vorher ansagen. Achso. Das läuft schon mit Björn um hier. Ja, wir machen das schon, Matze, ne? Wir beide kriegen das schon hin. MF ist die rote Power. Oha. Jetzt geht's los. Ja, ja, ja. Die sind schon ganz schön, ne? Haben sich auch ganz schön gemausert. Ja. Also, ich muss fairerweise sagen, seit mich die ein bisschen öfter auch im LSC gefallen die mir so langsam. Nix über Ursos, richtig Racing Team. Genau. Was ist er ja, ne? Ursos. Ursos. C-Tor. Genau, oder C-Tor. K700. Genau. Kirovats, oder wie die Dinger heißen. Oh, ja, den richtigen Ossi-Schlepper. Ja. Pelavos. Jetzt geht's los. Richtige Ostkahn. Oh, da hätte ich doch... Ist nach wie vor mein... Sag mal, bin ich jetzt verkehrt gefahren? Hab nur... Da machst du das da, ne, du bist auf dem richtigen Weg, wa? Ne, du bist richtig. Das ist das Feld. Du kannst jetzt einmal bis hinten durch, da ist noch mal ne Hauffahrt, oder da vorne. Ja, hier auch. Und wenn wir von roter Power reden, dann gibt's, glaube ich, nur die aus Bayern, die nicht mehr gebaut werden, ne? Ja, genau. Schlüter. Ja. Das ist wie in dieses auch Power in Rot. So richtig, so. Ja, ne? Joshua, ist der Bauer schlau, sind die Felgen grau? Jo. Da kann er nur MF machen, auch wenn die Silber grau sind. Und Tobias Macher, auch dir, danke fürs Abo, schön, dass du dabei bist. Sehr gut. Und das auf diesem herrlichen Sonntag, bei dem strahlenden Wetter, immer noch 40 Zuschauer. Mega geil, Jungs. Für die neun, ja, Tobias Meunsen. Für die neun, Herr Berg ist auch am Stream. Das ist der andere, den ihr da immer hört. Einfach mal, Florian postet bestimmt nochmal den Multi-Link rein. Dann könnt ihr uns beiden zugucken, habt ihr zwei Perspektiven. Und? Gleiches gilt natürlich auch, ne? Hier, für die Leute bei mir, Link zum Kanal von Nordwest Gaming ist in der Stream-Beschreibung. Direkt unterhalb des Videos. Einfach mal vorbeigucken. Falls es noch nicht passiert, auch mal ein Abo dalassen. Moin, moin. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Sehen wir immer gerne. Und Christian Gries, auch dir, danke fürs Abo, schön, dass du dabei bist. Deutsch Power braucht der Bauer. Uh, dieser Markenkrieg, ich mag das nicht. Jungs, Jungs, Jungs. Der hat nochmal den Link reingepostet, sehr gut. Danke, Florian, auch dir für den Link. Danke, Florian. Danke, Florian. Florian. Der hat eine Ahnung, Ursus hat graue Felgen, ja. Das weiß ich auch, lass ich mal machen. Weißt du, wenn ich den in der BK in der Black Edition bestelle, gehe ich ihn auch mit graue Felgen. Wenn ich es haben möchte, ist es übergekommen. Ja, aber wir haben ja, du, unser Bild auf Facebook sagt ja alles, ne. Achso, habe ich ja nicht. Was war das denn? Ne, hast du ja nicht. Ne, hat er nicht. Nichts hat er. Nichts hat er. Nichts. Rein, woher nichts. Woher nichts. Aber darf er noch wie viel? Ja. Geh mal hin. Und am meisten, keine Ahnung, ne. Ja, das stimmt, aber du weißt ja, ich sag immer so schön, er steht dazu, ne. Ja, ja. So, denn ist noch alles in Ordnung. Ja, siehste. Welches Lenkrad hast du? Ausrufezeichen Lenkrad. Bundes. Einfach mal Stream-Beschreibung lesen, da stehen noch ein paar andere Sachen, die ich so hab. Befehle. Das, was das gesamte Nordrask Gaming Team hat, ne. Ja, fast. Bis auf Stefan. Stefan wieder. Stefan hat ein G27. G27. Ja. Äh, angehbar. Verrumpf dich. Angehbar. Ja, habe ich leider nicht bekommen, deswegen habe ich ihn geswischt. Ja. Der wollte nicht bei mir in der Nähe oder bei mir in der Kanada. Ja. Der Bercht stimmt auch wieder. Was? Mit Lenkrad. Na klar. Na sicherlich. Sicher. Ja. Du bist auch so ein G36, Alter. Genau, du bist auch so ein G36, Alter. Ich bin direkt hier neben mir, der Freundin Lenk. Ja, genau. Du zeigst mir die Richtung an, dann geht's los. Aul, Litzing, Tobi, moin. Aul, wir wachen noch bis 16 Uhr. Wie gesagt, dann haben wir die vier Stunden voll und das ist auch für heute, für den sonnigen Tag erstmal hier noch, ne? Richtig. Da kann man auch so eine frische Luft hier, da haben wir eine Runde drehen. Ja, und mal eine OKF, ne? Ja. Glaube ich mach' ich auch nochmal. Boah, der Luft war da für zu gängig hier. Ja. Ja, 16 Uhr, wenn er hängt. Bist du wieder so viel los, Matze? Nee, nee, ich nicht. Nein, aber dass noch einer unterwegs ist. Ach so. Ja, die meisten sind beim Fordern, ne? Dann sind sie schon fast wieder dabei. Ja, 16 Uhr brauchst nix mehr gucken. Ne? Das lohnt nicht. Außer in der Erntezeit. Ja. Das muss dunkel werden, dann kommen nämlich die Giftmischer raus. Ja, das stimmt. Aber ich glaub', die sehen das nicht so gerne, wenn du da mit der Kamera unter Belichtung stehst. Das könnte auch für Mut stoßen. Ja. Bisschen. Die sehen mich nicht, ich flieg mit der Drohne drüber. Ja. Knallen sie dir vom Himmel, Jonge. Tumke Gluten hochgeschmissen. Oh, Kinder, Kinder. Thema G36, ja. Mal gucken, bei uns müsste eigentlich der nächste erste Gras-Schnitt anstehen. Oh, weit ist nicht mehr weg. Ja, ist schon ganz gut gewachsen. Wir haben ja einen so'n Schlag, wo sie Gras gesät haben, hier direkt anschließend an unserem Garten. Ach, nee, nee, nee. Ackergras. 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 Ja, das natürlich. Bremse, Gasbremse, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Ja, was ist denn los? Links, rechts, Mitte, geradeaus. Ähm, Mitte. Ja, krieg hin. Ungefähr hier anfangen. Mit sieben. Jo, meisse. Jo, meisse. Jo, meisse. Jo, meisse. Ich weiß nicht mehr. Hast du ein Problem, meisse. Ja, gut, mit dem Ackergras ist gerade, wenn einer vielleicht noch Mais drin will, kann ich mir das vorstellen. Dann musst du auch loslegen, langsam. Naja, ist ja noch Zeit. Was? Luca, jo, muss jo. Bis nach Oster. Ja, natürlich. Also die meisten machen so um, bei uns Anfang Mai rum, um 8. bis 10. Mai den ersten Schritt. Auf Wiese, ne? Ja. Das waren 80, habe ich. 84. Ja, war mir eine Ehre. Jo. Piep, piep. Piep, piep. Das waren 90. Ja, ich bin bei dir, keine Sorge. Oh, in Mais gefahren. Oh, weia. Wenn das der Chef sieht. Ja, 99. 100. 100. 100. 100. Yo, meister. So. Wollen wir das Feld eben noch zu Ende machen? Das Feld machen wir noch fertig. Ja, ne? Komm hier aus. Jetzt sie euch etwa gehen die... Guck mal, jetzt wo auch ein sehr echte Weg hat, ne? Hörte sich so an, Stefan. Da kann man jetzt nicht aufhören. Das hörte sich so an. Ach, jetzt im Stream machst du hier wieder einen auf coolen. Wenn hier mal die Abfahrer gleichmäßig kommen würden, ne? Ja. Ich weiß nicht, was da letztes ist. Was denn? Dann würde das auch besser passen. Mein Gott, da würde man ja wohl mal hier einmal... Ja, ja. Das kannst du dir auch mal... Das kannst du dir auch mal verkneifen, oder? Oder müssen wir Sven doch noch ranholen? Ja, kann ich auch hochziehen und ausspucken. Hast du keinen Bordel in der Kabine, oder was? Wenn Sven mitfährt, ist das ja, als wenn drei loslassen, Mensch. Hat die Versicherung noch nicht genehmigt. Oh, Mann, 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 ey. Ich sag, ich hab Filme von euch. Jetzt aber genehmigen. Nein. Ich hätte da doch hochgemusst. Scheiße. Leute, warum sagt denn keiner was? Was denn? Bescheid. Aber Florian, das schlimmste ist ja, die Abfahrer verfahren sich einfach nur. Ne, ich bin nur 20 Meter zu weit gefahren. Ja, André, das ist auch wahr. Fendt 724, Vario, moin. Herr Berg hat jetzt extra unfallfrei den Weg gefunden. Hast du auch nicht auf den Rommagen, ne? Jetzt musst du ihn auch mal loben. Ja, eben. Monster, Monster, moin. So, wo willst du hinhaben? Äh, links. Sowas müsst ihr euch schon am besten... Sprecht ihn schon mal drauf an, wenn ihr den ersten Feldweg fahrt. Also links von mir aus, oder links von dir aus? Nein, nein, alles gut. Boah, für Uschi. Leck dir rückwärts fahren, für Uschi. Von einem ungefähr auf meiner Mitte anfangen. Mit sie. Hö, du Pfeife. Bling, 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 bling. Auf, nein, Sacki, Wobacki. Oh, da kommt einer. Egal, ja, ich wünsche dir einen entspannten Sonntag und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Das geben hier, ich werde heute Nacht Touren bezahlen. Ja, ja, genau. Ich habe schon 90 Cent. Dann verdienst du ja nicht viel. Verdien und bekommst du sowieso zwei verschiedene Paar Schuhe, Herr Blecki. Starart, ich dachte, sowas kläre mir außerhalb des Streams. Du hast angefangen. Du hast angefangen, genau. Der hat angefangen. Jetzt geht das wieder los. Aber du ist okay. Die Königin liegt beim Bagger Looten schon im Fach. Du wolltest mir nach Korsika fliegen. Von dem YouTube-Geld. Die kannst du dir da rausnehmen. Ich habe noch nie mal einen Flughafen gesehen. Und Flachkörper machen, genau. Von der ganzen YouTube-Kohle, die wir verdient haben, wa? Ja, ja. YouTube-Money, der Kiel. Ich will sie halt draufmalen. Denk ist YouTube-Money, was wir nach einem halben Jahr dann endlich mal ausbezahlt bekommen haben. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich fette Kohle. Die nächste Betriebsfete für Stefan und Blecki gesichert, ne? Oh, zwei Bier kann jeder trinken. Aber selbst mitgebracht von Aldi. Natürlich. Das gute alte PET gesurft. Gute Marternus. Oder Adelskrone. Adelskrone, genau. Die Balles. Boah, ey. Ja, eigentlich wollte ich ja in vier Minuten aufhören zu streamen, aber der Farmer hat für mich entschieden, dass ich noch länger machen muss. Bonus Minuten. Ding, 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 ding. Ach so. Genau. Ja, ich hab mal an Blackies Gewissen appelliert und er war so lieb. Hat echt gesagt, komm, wir haben Mitleid mit der Community. Wir machen noch ein bisschen. Den muss ich Stefan jetzt mal schicken. Wir haben dem Amt gesagt, dass du die Farmer so und so viele Stunden am Tag ist safety. Nee, ich fang mal noch ein Stück weiter und dann fängst du an. Dann fäng ich draußen auf die Straße rumläuft. Jo, genau. Ich muss ja ab und zu, muss ich ja mal die Leute anquatschen auf der Straße. Weißt du, sonst kann ich mein Lebensunterhalt einfach nicht sichern. Und da haben die vom Amt gesagt, den Beschäftigten, man kriegt ja bisher mehr Zuschüsse. Finden Sie, Boss, drei Stunden 57 Minuten. Fuck. Sind wir dabei? Laut OBS. Laut OBS, ja. Und bei mir sogar schon 59 Minuten. Pass den doch mal rauf, den armen Jungen. Was, hast du zwei Minuten vorher uns schon laufen lassen? Es kann sein, dass ich vorher schon auf Vorschau hatte. Also noch nicht Streamstart, aber Vorschau. Das geht ja auch, ne? Ja. Was hättest du lieber? Eine Nacht mit Bibi und 10.000 Euro? Oder eine Nacht mit Katja Krasavice und keine 10.000 Euro? Also ich schlaf am liebsten in meinem Bett mit meiner Freundin. Auch ohne 10.000 Euro. Wer ist denn die Katja? Oder Katja? Keine Ahnung. Ist die Behauptsache Leggings zu sehen? Ja. Wohl. Landtechnik Niedersachsen. Ich danke dir fürs Abo. Schön, dass du dabei bist. Ausrufezeichen 12 Stunden. Hauptsache die wichtigen Fragen. Gibt's hier nicht. Sind sie wieder da, ja? Du meister. Ja, bei dir, ne? Bei dir. Ja, ja, ja. 10.000 Euro. Da hinten am Ende oder was? Oh. Also 10.000 Euro. Würde jeder nehmen, ne? Nehmen wir so, ne? Blacky. Und das war das, was das für mich tun. Logo. Aber ich schlafe in meinem Bett. Sonst habe ich immer so Rückenschmerzen. Wer sagt denn, dass du liegst? Ja. Hühnchenstellung oder was? Ah ja, ich hätte da noch ein Video für euch. Ich hätte ja auch nicht mit dem Bett aufgehört. Ja, hast du recht, ne? Matze, von vorn. Hinten rum, wie machst du? Beides abwechselnd. Ne, fang mal bei dir an. Ja. Rechts, links? Mitte. Linken. So. Komm. Ja, nee, du komm her. Komm her zu mir, damit ich weiß, wie weit du fährst. Oh, mein Auge. Schön, schön, schön. So schnell bin, musst du sagen. 6 kmh. Stopp, 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 stopp. Das läuft ja wieder nicht. Und jetzt Atake? 6 kmh. Atake mit Kage. mal gucken was ich für häufchen macht boah guck mal das wird nicht gerade ein du bist häufchen weit und breit er nix macht aber haufen machen kann er auch scheiße macht er das war silage der casper wir suchen tuli siehst du es geht wieder los da lange zeit ist gut gegangen da aber jetzt wieder er eigentlich dachte sich mal heute nicht aussuchen als bobbing-opfer aber okay ist schon mal was bewährtes tauschen das lief so auch immer so gut du wolltest das doch immer so das schlimme ist ja bei der ganze zeit gar nicht mehr ohne die beiden ich sagte ich so schön dank nordwest gaming hat mein leben wieder einen sinn das holst du jetzt nicht auf dass du mich dazu verdonnert hast das feld hier noch fertig zu machen in dem bis zu Kenntnis ja genau aber das wird das wird wieder hier auf der Platte gibt es vielleicht die Lufheit nicht und fällt mir gleich mal hin und ziehe ich dir mal ein paar und läuft doch ja die haben mich ja auch gegründert die haben ja gesagt wenn du kommst dann kriegst du auch einen mp-truck ja und dann fährst du jetzt schon dir fährst du jetzt wieder heulen auf ganz hohem niveau alles gut ich hätte mir einen mp-truck ja hättest du machen können ne wollte ich aber nicht ja siehst du ja also pass mal ein bisschen runter dein temperament noch mehr ich bin ja nicht auf der arbeit kollege du hast 99 8 jetzt hau schon ab ich hau doch fährst du das fährst du tatsächlich nicht ganz gut die gaming-asendorf moinsen höi moin ist er mag ich währt er mit halb vollen Wagen los wär plötzlich war ich ja wird er gekriegt halt wieder nicht voll auf Anweisung er verspennt unseren Sprit auf ja links rechts bitte links rechts geradeaus weiter wb 12 meter da konnte ich den black in mindestens schon fünf minuten aus dem kreuz leiern die werden beim nächsten süd wieder abgezogen doch doch das muss ich mir vorstellen wie im livekonzert da gibt es auch immer eine zugabe stefan kannst du nicht mal kurz verschieben kommt ja wieder in den dickwilligen Rund ja Moment, hier auch anders, da kommt ja nicht wieder ja stimmt und dann fang sie wieder an mich zu vermissen weißt du mit dem Fördergelder, wenn die ausbleibenden fahren wir ich hab gar nicht gewusst was man alles machen muss für Geld, da hätte ich das vorher gehabt ja hättest du das vorher gewusst ne tschau ach schon bei mir im Chat ist es ja erstaunlich ruhig bei mir auch du wir haben ja schon festgestellt die stillen Zuschauer sind meistens die besten richtig ja alles Gentlemans und Gentle Girls Gentle Girls Gentle Girls Hey Girl Gentle Lady Ah hier der Farmer heizt wieder Minusstrich Baggerloot bitte mal einen Strich auf der Minusseite machen das waren über 30 kmh auf dem Feld was war das? ja das waren mindestens 40 das gibt's ja wohl nicht weißt du mindestens das ist so schnell fahren auf dem Acker ist ein Unding stimmt doch gar nicht aber das kannst du weißt was der Hammer ist er hat mich dabei überholt ne der Hammer ist ein Werkzeug richtig welches Werkzeug meinst du jetzt? du fragst was der Hammer ist ja ist schon ok ja ist ja na na ist alles gut mach Kommandos wir diskutieren das später ja ja nach 22 Uhr 4 Stunden Stream und 8 Stunden Nachbereitung Leute aufklären was wir hier eigentlich die ganze Zeit geredet haben Afterstream Gruppensitzung ja könnte man auch mal machen oder? Janek, Moin Andreas Macher auch so bezeichnen kann ich fahren schon wieder für wen gilt das? für den Farmer da gebe ich dir vollkommen recht Lecky, bleib doch einfach mal stehen bleib doch mal stehen Junge er sagt kann ich fahren ja ist so ich glaube ich habe hinreichend unter Beweis gestellt dass ich fahren kann wann aber ok macht man hör doch auf zu reden jetzt Mensch wenn du nicht mehr Florian was machst du da? leckt hier schon wieder so ach so ich habe die lecks warte mal hatte ich auch eben gehabt warte mal ich fahre ein Stück zurück links drüber oder was? ja bitte ich hoffe jetzt immer rückwärts nimmer machen und dann wo darf ich kippen? warte mal noch immer noch ein Stück weiter 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 da galt für den Farmer ja für den Farmer ja für den Farmer sehr gut da schon wieder was an mir vorbeigegang jetzt bitte geht los jetzt geht wieder schön ui 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 gleich liegt das Ding auf der Seite oh ne du ich bin wieder mit 40 durch den Kurve ne ne spider genau kann ich fahren ne dann kenne ich noch jemanden live stream oha Barbara Schuster hat mir eine Freundschafts-Anfrage auf Facebook geschickt Barbara Barbara ich kenne keine Barbara Barbara jetzt musst du ja erstmal die bekannten drei Fragen stellen meinst du? freiblich ne das brauche ich nicht wir sind hier ja nicht beim Spackenverein ne außerdem haben wir auch Fahrzeuge die nur 50.000 statt 1,2 Millionen Liter fassen und 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 die Sarah spielt ja auch so ein bisschen ja ehrlich diese Sarah spielt scheint bei euch ja schon bekannt zu sein, ne? ja boah passt schon passt schon ich grins mal kurz in die Kamera oh oh ah siehste wohl ui Barbara Barbara ja Barbara ja Barbara ich glaub Barbara hat vier Gesicht oder zwei Gesichter Kenka Moinsen eigentlich heißt er Bernd Bernd uuuhh Bernd das Brot oder was ne Bernd die Barbara Bernd die Barbara lecker lecker und das sind Leggends hallo Berg eeeeee ihr seid richtig abartig ja dann aber auch 45 cm ganz rein ne? hallo du Farmer wo Matthias das gerade gestern äh äh sagt haben wir gestern ne tolle Unterhaltung geführt aber die erklären wir dir später nochmal wir hatten heute Nacht alle Bilder von dir im Kopf hallo diese Bilder im Kopf? hallo 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 ja ich fahr hier gleich in Roggen hätte ich bald gesehen Janek Janek Moin hallo 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 nix schl... nix schl... Prozent Prozent rechts sehen überall 6 BD vorne anfangen zu können Bühnen mit sechs Prozent sechs Aja hätte beinahe was gesagt um ein normaler Worte herrlich 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 er genießt die Sonne wahrscheinlich hat sie sich schon wieder schön Sonnenwand geholt wie immer bei dem bisschen Sonne so ich bin leer das ist ganz schön intensiv die Sonne wenn du da hinsetzt Jo Christoph wir kommen zurück Radfahren gute Sache bei den Wettern wenn ich nicht so faul wäre würde ich jetzt auch Fahrrad fahren wenn man dabei nicht so schwitzen würde wenn ich dann auch drauf aber wenn man nicht selber treten muss ja genau schön auf dem anderen hinten drauf und dann darf man strampeln vorne Zweiter wir sind zu 99 Prozent immer gut drauf und Mia HD danke dir fürs Abo schön dass du dabei bist ich bin gut drauf ich bin gut drauf ja ich bin gut runter also das mit dem gut drauf habe ich nicht so das ist auch wieder was mit arbeiten und schwitzen ja ach du warst du warst heute das eine Prozent an der Waage ok ja aber warum auch nicht ja man muss auch mal ein bisschen aus der Masse herausstechen ja im wahrsten Sinne des Wortes Jo Christoph dann äh schönen Einsatz hätte ich fast gesagt aber oh das ist nicht schön Einsatz ist nicht schön ob das jetzt so angebracht ist ist halt die andere Frage ne ja ja wir haben ja richtig Attacke da gemacht Mia Moin ich muss ja mal sagen sag mal Chef hast du eigentlich schon mal meinen Silo Haufen gesehen hier richtig akkurat ja der Meister ne du ich hab auch nie behauptet dass ich Silo schieben kann ich hab nur gesagt ich mach das heute ich schiep hier auch nichts im Pfann oder du wenn dann keiner was sagt habt ihr selber Schuld so wie früher hier ne so richtig oldschool back to the rules quasi ne jo so rules ja so zurück zu den Regeln ist immer nicht verkehrt ja genau ich glaub du musst auf die andere Seite fahren das ja komm machen wir so wollte nur gleich abzwirbeln abzwirbeln könnte man ja könnte man muss man aber nicht ist auch gegen die mitspielen nicht möglich wir sind auch in den letzten Zügen wir machen hier den letzten Mais noch runter und dann das musst du anders sagen ja was wir müssen wir müssen jetzt erst in den letzten Zügen sein weil der Farmer für uns entschieden hat dass wir das noch zu Ende machen das stimmt oh 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 jetzt krieg ich das das kann die nächsten drei Livestreams anders aufgrund von das kann eine Weile dauern das viele wie in letzter Zeit gekommen sind um euch zufrieden zu stellen damit wir nicht uns rechtfertigen müssen verzichten wir jetzt auf ein paar Sonnenstrahlen die wir mitnehmen könnten genau und streamen hier noch so lange bis der Mais runter ist richtig war das jetzt besser? zum nächsten Stream wird es bei Nordwest Gaming Ausrufezeichen Schnauze geben rechts so wann ist denn der? er ist die Siebte oder wie kann man den runterladen? war er 10 oder was? gerade du? Team Sitzung 18 Uhr heute Abend ist das ok? noch hoch noch weiter hoch noch weiter hoch 18? ja ja jetzt jo Alex willkommen zurück schick mir das Gesprächspotokoll bitte als PDF Sleech Moinsen bei der nächste Livestream alles la Spider ich wünsche dir einen entspannten Sonntag und bis zum nächsten Mal ich hoffe wir gleich Tschüss Spider Tschüss Spider Tschüss Spider ja ich denk ein Spider ja wie viel hast du da drinnen jetzt hier? 1 1 2 1 1 nach die AG 4 65 65 ich glaube ich bin der Letzte ne ich glaub nach Blackie braucht keiner mehr hier ne ich fahr da oben hoch na ein Glück dann haben wir ja nur eine Viertelstunde überzogen müssen mussten nur eine Viertelstunde überziehen ohje wer ist dafür verantwortlich? ja ja richtig erkannt das ist der Kerl dessen Namen hier im TS nicht mehr genannt werden darf deswegen haben wir ja auch du weißt schon wer jetzt keiner mehr mit Herrn Berg oder was? bitte 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 du ich hab da ne tolle Idee ok wir haben ein neues Teammitglied seid ihr damit einverstanden? wir werden gerade einen los, merkt ihr das? ja wir haben eine Stelle verkannt haha haha nein du darfst bleiben fahr mal ja das bedeutet ja für uns nicht mehr Arbeit wenn er weg ist haha ja komm Neki du darfst die letzte Züge hier noch los fahren ok dann fahr du mal los so und dann hüpfen wir gleich noch wie bei anderen im Stream oben auf dem Silageberg rum und dann ja dann machen wir noch also hier hüpfen keine Arten ja genau und weiter auf dem Huf und hüpfen da rum am Kärcher ja wir werden erstmal eine Rolli Kärchern gehen so äh verdichten durchhüpfen ne warte einmal rum verdichten durchhüpfen richtig linke Seite 6 kmh in Fahrtrichtung links in Fahrtrichtung links jawohl deswegen links weil ich fahr ja rechts haha sehr gut Hauptstaril versteht euch ja doch es dauert bei Stefan immer ein bisschen aber das ist auch das ist wie bei Frauen in der Regel schon haha 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 du hast den ersten Stream gibt es letzte Woche Dienstag und dann mit ich von meinem Trecker bitte anfangen jawohl und dann schön mit sich drüber das na ah wo man dann kriegt man da Dienstags und Donnerstags achso wann stream ich immer vor der Ansage auch immer Dienstags und Donnerstags Herr Berg kommt gut hin ne Jo kommt hin mit ich von meinem Trecker und dann fährt er weiter haha 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 ich muss ja auch arbeiten weißt du das sieht so schön aus weil ich hier stehe ja ja weil wir so schön kippen ja genau ja ist klar aber wir kippen uns erstmal ein ne ja äh Stefan da muss ich zugeben das war bei mir so also als ihr bei mir abgekippt habt als ich den Silo verdichtet hab da sah das so schön aus weil ihr so schön abgekippt habt ja hier bei Matze das sind echt schön von uns die aus ja danke lobt den Mann noch in Himmel dann kriegt er gleich wieder ein Überflug da ja das ist was ja ist das der Rest wozu gemacht werden oh ne was machen wir jetzt nicht nein ich hab es so eingegebaut man ey woop 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 we the town of the police oh 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 engal 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 der berg kommt läuft doch hier läuft auch ein rechter spiegel ist eingeklappt weil ich da die bäume gestriffen habe da war nicht mein baum im weg ja du bist mitten hier nur nicht runter von dem grauen ich bin auch beladen ich habe vorfahrt außerdem für den herrsch beides argument ich bin raus was fährst du denn da herrschlich ist das was noch frei war farmer 269 so ich bin auf dem weg ich bin gerade angekommen also ich mag jetzt auf dem hof linke seite 7 ich glaube das würfelt der auswahl wie schnell wieder fahren so habe ich doch auch ausgewürfelt verstanden da hinten links und dann auch so mitte meines trägers anfangen nicht zu wenn ich nicht schön ich glaube die sonne scheint jetzt mehr rein oder ich werde immer weißer ich bleiche aus eric monzen dieses licht ich mach mal platz hier warte er hat auch immer probleme ist doch nichts mehr dran hier doch was für eine grafikkarte hast du eine gtx 69 döner kopf gamer dennis wb naja geht ins ohr bleibt im kopf letzter walk in kopf glöcker nein alter was machst du denn da wo ist nur einer ei 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 keine ahnung wo er ist ich kauf jetzt einen so ei 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 du weißt du ein traktor der kann keine fassrolle ne alter ich bin am baum hängen geblieben ja habe ich gesehen bei diesem baum glaube ich noch nie irgendwo hängen geblieben ist er wenn du hier so rum zappelt am lenkrad hey was ist denn hier los die ne ne du bist jetzt auch noch gegen die schranke gefahren ohne witz jetzt willst du es aber noch mal wissen hatias nein ich habe den trecker hier voll auf den dings versenkt mitten in der schranke einmal schnell zum live stream rüberwechselt hier das kann doch nicht der letzte anhänger musste ja jetzt noch mal passieren irgendwas ist ja immer wenn ihr da irgendwas ist irgendwas ist oh oh kinder kinder das ist ja nicht nur ein bisschen aufgefahren anders wäre das sowieso nichts auch noch nicht mal so oh blacky 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 oh ne du oh man Matthias hast du hinten was dran auch blacky auf den letzten meter noch alles kaputt ach was so fahren wir alles für die überlänge gar nicht verantwortlich ja genau Moment immer nochmal ne nicht das abkippen dann versuchen wir hinten wieder anzukoppeln kann ich nicht kann ich nicht ja das fehlt jetzt schön alles in die auffahrt kippen dann oh super typ ey super typ jetzt stehe ich quer in der einfahrt aber besser als nichts der letzte wagen ey mann 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 so aber nur vorwärts so soll ich die auch nochmal sauber machen so ein bisschen du hast ja die lanze schon in der hand ja ich sprühe dich mal ab fahr mal ein Stück vor wenn du da noch rankommst da wäre ich auch noch eine dusche blacky von der anderen seite und dann mittig und sieh nicht unten bleiben nur wenn du dabei bist oder was also nicht nicht außerhalb musst du eventuell in der mf mal eben wegfahren Leute muss ich erstmal hier ein paar leute vermeiden ich glaub's ja wohl und da ist wieder frei juhu free blacky ja free blacky so schön und dann ich mach mal 6 kmh und dann ja ich mach mal 6 kmh machen wir den mf mal eben hier zur seite ja ich hab die lanze ja schon in der hand ich hab eh nur 18.000 drin also ja mach nicht das ist gut wenn das ziemlich weiter vorne bleibt genau alex ausrufezeichen kann überhaupt nicht fahren quasi über die hühnchen rüber hier ja das kommt weil er überstunden macht das ist er nicht gewohnt eben das passiert nach vier stunden eigentlich fahrzeit schon völlig aus die karte war schon voll aber weißt du wir werden gerade wesen eingefunden die man die schuld geben kann ne ja so ist er so einen braucht man immer ja die hühnchen die leben hier auch gefährlich du ne sei froh dass sie überhaupt noch leben so Achtung Schrank kill steh bleiben naja heider da kann mal einer diesen springenden komischen häxlerfahrer hier von meinem silo runter holen du hast doch das server password ist er wieder aufs ja ist er wieder drauf der junge ne ja er kann es nicht lassen also sinnig wenn ich das hier alles rein stelle lassen die valium nach oder ja irgendwie wir haben ihn doch nicht genug gegeben müssen die dosis bei ihm echt nochmal ein bisschen erhöhen damit das besser wird ich glaube auch ist er bei mir falsch schlepper rum ich glaube ihr solltet mal auf ritalin wechseln dann passt er schon oh meinst du ja alles ist nass jetzt hier habt ihr die heckscheibe offen gelassen nein nein oh der war neu guck mich mal an du guck mich mal an jo lass n nassen rücken du bist sauber jo noch einer ohne dusche so sind blinken achso war eh beidetag für ihn ne feier der woche ja feier die woche so ich komm mal zurück ja lecky komm her wir duschen dich auch nochmal jo oh moog man ming bengel moog man ach moog wie du mal ein kram würdest oh alter mein nachbar vorsichtig lecky durch die schranke fährt bloß nix riskiert ne bloß nicht nicht nochmal hängenbleiben kev kev ich danke dir fürs abo oder rehabo ich glaube rehabo schön dass du wieder dabei bist sehr gut was ist denn hier los was ist denn hier los hast du schon im blick oder kommt schnell an die lanze schnell an die lanze schnell an die lanze schnell an die lanze schnell ja klar wenn man mit 80 über den hof peist ja genau mit 80 über den hof weißt du einmal noch an landwirtin uschi zeigen was ich so beim rückwärtsfahren drauf hab das ist aber auch alles jetzt ist wieder ausreden richtig so jetzt kann ich aussteigen und dann stelle ich mich einfach mal hier oben zu dem anderen schnacken ja ja genau ich wollte auch oben rauf wie die dikes in die fresse gehauen ne ja genau ja ja auf die augen kleines ne oder wie war das Leute Kinder Mädels Tobi Moinsen hat uns mal wieder riesig spaß gemacht diese 4 Stunden 25 Minuten richtig cool Schön, dass ihr nach so langer Zeit, die wir auch nicht L.S. gestreamt haben, wir als Nordwest Gaming, alle wieder hier wart. Cool. Ja, Roland, wir sind gerade in der Verabschiedung. Ja, in der Verabschiedung. In der Verabschiedung. Verabschiedung, ich komm, ich komm. War richtig geil. Noch nicht mal da. Also, ihr merkt, wir sind noch da. Mit Herrn Berg sind wir auch immer noch da. Ja, hat riesen Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Tschö. Mir auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut. Wer noch nicht ist, schaut mal bei Nordwest Gaming vorbei. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Dienstag wieder, liebe Freunde. Haut mal rein bei dem da, ne? Bei Herrn Berg. Haut mal rein, bei den Mützenmann. Genau, der andere da. Der mit dem Fussel in den Gesicht. Richtig. Richtig. Bis dahin. Bis dahin, ne? Leute, macht's gut. Bis denn. Hallo. Reingehauen. Die Minke stoppt. Hört das hier auch auf? Warte, hört auf. Hört das hier auch auf. Hört das hier auch auf. Hört das hier auch auf. audiences Kanal. Und searches die Nummer,